Friedrich und Friedrich! Mit uns hast du viel Spaß! Du suchst mich nicht zu ärgern, was ich will! Jawohl, jawohl, das ist Luzi. Aber ich sage dir, ich spiele nicht mit Puppen. Das muss sie auch nicht, denn das machen ja wir schon. Denn hier sind wir wieder mit Popkultur im September 2024. Und zwar mit unserer Folge 16. Und Folge 16 ist ja ganz was Tolles, denn unter Band 16 vom Lexikon von Familie Krause, da befindet sich der Schlüssel in die Freiheit, den Luzi in einer Folge sucht. Und damit sind wir schon mitten in einer Geschichte. Heute geht es nämlich bei uns um die schnuckigelige kleine Serie Luzi, der Schrecken der Straße. Hallo Julian erstmal. Folge 16, September, mein Gott, die Zeit rast ja nur so. Das Leben, das zieht ja nur so an einem vorbei. Ja, als wir angefangen haben. Es kommt mir vor, als wäre es damals gewesen. Ich habe doch gerade erst Silvester gefeiert. Ja, eine schöne Serie, die ich endlich, glaube ich, seit locker 20, 25 Jahren mal wieder gesehen habe. Darüber sprechen wir heute, genau. Das ist ja im Vergleich zu dem, was wir uns auch schon angeguckt haben mit den Dinos und Plumperquatsch, mal wirklich eine schnucklige kleine Serie. Ja, eine schnucklige kleine Serie. Und für alle, die sich jetzt vielleicht ein bisschen beschweren, das ist natürlich so, wir haben ja natürlich ein bisschen vorher gerätselt, kann man diese Serie überhaupt in diesem Podcast behandeln? Denn es ist ja, wenn man ganz poplig-pinglig ist, was wir ja sonst eigentlich gerne sind, sind es ja jetzt nicht wirklich Puppen. Aber was ist es sonst? Also es ist natürlich eine Knetanimation. Ich glaube, ich würde mal sagen, Knetanimation schrappt gerade noch so in den Puppenbereich rein, weil es sind zumindest haptisch anfassbare Figuren, die zum Leben erweckt werden. Das sind übrigens auch meine Lieblingsszenen, wenn Sie die Figuren hochheben. Können wir gleich noch drüber sprechen. Also man kann sie anfassen im Gegensatz zum reinen Zeichentrick oder Computeranimation. Es ist etwas, was wirklich physisch vor Ort ist und da ist. Und deswegen sind wir so frei, das einfach mal so zu interpretieren, dass das auch noch in den Puppenbereich reingeht. Und wenn nicht, ist ja scheißegal, ist ja unser Podcast. Da können wir ja reden über, was wir wollen. Es ist ja auch ein Nostalgieprojekt. Und ich glaube, wenn man diese Folge in ein paar Jahren anhört und dann sieht, was wir später noch alles als Puppenserie quasi identifiziert haben, wird man hier drüber lachen. Wer weiß, worüber wir in ein, zwei Jahren noch sprechen. Wer weiß. Vielleicht fängt gerade heute jemand an, was zu kneten, über das wir dann in drei Jahren reden. Also, Luzi, der Schrecken der Straße ist eine Fernsehserie, eine Kinderfernsehserie gewesen. Im Jahr 1979 entstanden. Die erste Folge lief im Fernsehen in der ARD am 12. Oktober 1980. Es sind insgesamt sechs Teile. Und es ist eine tscheschische deutsche Koproduktion. Ja. Weißt du, den Originaltitel möchtest du denn auch sagen? Ja. Luzi Bostrach-Ulice. Sehr gut. Oder so ähnlich. Also, ich entschuldige mich auch im Vorfeld über alle falsch ausgesprochenen Namen, die heute kommen. Denn ich bin mit dem tscheschischen Alphabet nicht so vertraut, mit diesen ganzen lustigen kleinen Dächlein und kleinen Häkchen auf den Buchstaben. Wir werden garantiert alles falsch machen. Aber das Interessante daran ist ja übrigens, da bin ich schon gleich mittendrin, dass ich gemerkt habe, dass die Namen der Darsteller für den Abspann eingedeutscht wurden. Tatsächlich. Also, wenn man sich die Namen so mal so raussucht, wer da so mitgemacht hat, dann haben die alle so in der Originalversion quasi diese besagten lustigen Dächlein oder auch eben ihre Abwandlung. Also zum Beispiel der Schauspieler, der den bösen Nachbarsjungen Oswald spielt, heißt eigentlich Michael. Im Deutschen wird er aber Michael im Abspann genannt. Und auch die Hauptdarstellerin, die Luzi spielt, Janetta Fuchova schreibt sich eigentlich in Wahrheit mit Z, aber im Abspann wird sie mit J betitelt. Hast du auch nach dem Gucken der ersten Folge erst mal gegoogelt, wie geht es den Leuten, was machen die, wer lebt noch, wie sehen die heute aus? Selbstverständlich. Ich bin ja nicht unvorbereitet in diesen Podcasts. Na, ich meine so aus Interesse auch, weil man das ja dann zu Hause guckt, man kennt sie auch nur. Also, ich glaube, das Phänomen kennen wir doch alle, dass wenn wir irgendwie einen Kinderstar erleben oder wo wir etwas sehen, wo ein Kind mitgemacht hat, wollen wir doch alle wissen, wie schaut denn das inzwischen aus? Ja. Und dann googelt man mal so ein bisschen rum und guckt, was ist eigentlich aus denen geworden? Oder leben sie noch? Alle zwei, drei Jahre google ich mal nach Michael aus Lönneberger und bin alle zwei, drei Jahre wieder aufs Neue enttäuscht zu lesen, dass er sich eigentlich heute damit nicht mehr identifizieren möchte. Ja, wahrscheinlich so wie Pipi Langstrumpf. Ja, die ist aber, glaube ich, noch relativ stolz drauf. Und da spült auch Facebook mir immer gern so Reunion-Bilder ein mit Annika und Tommi zusammen. Ja, naja, es rührt einen ja dann doch irgendwie so ein bisschen. Und was ist mit dem Pferd? Lebt das Pferd noch? Na, egal. Also, Luzi der Schreck in der Straße, eine sechsteile tschechische-deutsche Kinderserie. Geschrieben und Regie geführt von Jindrich Bollack und Ota Hoffmann. Jindrich Bollack hat die Regie geführt, Ota Hoffmann hat das Buch geschrieben. Die zwei haben unter anderem auch schon Serien gemacht wie Pantau oder danach auch die Besucher. Überhaupt, es gibt ja diese ganze Reihe, das ist eigentlich, existiert bei uns ja gar nicht mehr. Früher gab es eben diese berühmten tschechischen Kinderserien. So, ich weiß gar nicht, ob du mit denen noch so vertraut bist, Julian. Ja, vom Namen her, ja. Also, ich könnte dir das so ein bisschen mit aufzählen können. Luzi habe ich tatsächlich gerne geguckt, weil irgendwie das meine Eltern mir auch nähergebracht haben. Das kannte ich jetzt auch schon vorher. Pantau habe ich im Original, glaube ich, jetzt werden mich natürlich die Nostalgiker verfluchen, noch nie gesehen. Aber das wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir das als Puppenkultur einstufen können. Oh, obwohl da auch Puppen vorkommen. Ja, hinter mir liegen bestimmt welche. Ja, ja, weil Pantau ist ja auch so ein Zaubermensch, so ein Zauberwesen, der sich dann auch immer winzig zaubert. Und immer, wenn er sich winzig gezaubert hat, ist er eine Stopptrick-Animationsgeschichte. Eine Serie, über die ich gestolpert bin bei der Recherche hier zu Luzi, war auch die Tintenfische aus dem so und so vielen Stock. Ja, das wäre auch noch etwas, was man sich irgendwann mal angucken könnte, ne? Ja, ja, das ist im Grunde so etwas, also es ist nicht die Nachfolge-Serie, sondern eine, naja, es kommt so aus derselben Werkstatt, muss man so. Das spielt auch die Hauptdarstellerin, die die Luzi gespielt hat, auch nochmal mit, schon etwas vor sich hin pubertierend. Aber immer noch mit der gleichen Synchronstimme und so. Und auch die Autoren sind die gleichen und sowieso. Also diese ganzen tschechischen Serien, ich dachte immer, das wäre alles dieselbe Suppe. Habe ich mich immer ein bisschen geirrt. Also ich habe mich noch nicht so 100%ig da reingearbeitet, aber ich bin so gerade ein bisschen dabei. Aha, also hast du für dich ein kleiner neuer Kosmos des Interesses aufgenommen? Ja, ich hatte das Interesse schon vorher. Also ich habe die DVDs ja schon alle zu Hause. Also da gibt es dann auch solche Serien wie zum Beispiel der fliegenden Ferdinand oder die Märchenbraut und solche Dinge. Und da gehört im Entferntesten eigentlich auch noch schon hier das legendäre Drei Nüsse für Aschenbrödel dazu. Oder wie ich es immer nenne, Drei Hasenköttel für Aschenbrödel. Also das sind diese tschechischen Kinderfilme und Serien, die auch immer so mit einem wiederkehrenden Ensemble arbeiten. Also das sind immer dieselben Schauspieler, immer die gleichen Gesichter, die man da sieht. Also auch bei Luzi sehen wir ganz viele Darsteller, die wir in anderen Serien wieder treffen. Obwohl es jetzt gar nicht unbedingt jetzt aus derselben Regie oder aus demselben Drehbuchkosmos kommt. Also interessant finde ich ja erstmal dieses Thema Co-Produktion, dass da quasi verschiedene Sendeanstalten verschiedener Länder zusammenarbeiten. Du bist ja im Fernsehbusiness vorne mit dabei. Liegt das daran, dass das dann quasi eine Win-Win-Situation ist, was dann Kosten teilt und man auch gleichermaßen bekannter machen kann, weil auch das Marketing sich verdoppelt. Wo liegt der Vorteil für den WDR, das jetzt hier quasi so gemacht zu haben? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Das kann man nur mutmaßen. Vielleicht war man damals auch ein bisschen, ja, abenteuerlustiger, würde ich mal fast sagen. Kann sein, ja. Dass man auch einfach mal gemerkt hat, die Tschechen oder damals war es ja noch die Tschechoslowakei, da existieren sehr kreative Menschen, die wahnsinnig aufregende Sachen machen, die wunderbar für Kinder geeignet sind und für Erwachsene gleichermaßen, die ganz anders arbeiten, auch so inhaltlich als das, was die Deutschen so produzieren. Also es gibt da so ein ganz nettes Interview mit dem Regisseur Jindrich Pollack, der auch das so ein bisschen erklärte da drin, dass es ganz viel gruseliges deutsches Kinderfernsehen gibt, wo auch nichts passiert. Da wird nur geredet und geredet und geredet. So ähnlich wie bei uns. Aber es passiert im Bild nichts. Und es ist ja Fernsehen und man will ja auch etwas sehen. Und deswegen hat er zum Beispiel auch immer darauf geachtet, dass da immer ganz viel Optisches passiert in seinen Produktionen. Ja, das ist ja auf jeden Fall der Fall. Also sowohl eben, dass das eben so eine Animationsknetgeschichte ist, aber eben halt auch ganz viele Bildwitze, sehr viel Slapstick und so. Und so im Vergleich, da neigt der Deutsche an sich doch mehr zum Erklären und noch ein bisschen vor sich hinfaseln. Wir sind halt so die Generation Märchen erzählen. Die Kinder wird hier was erzählt. So, hört schön zu. Guck bloß nicht hin. Interessant finde ich auch viel... Ja, so sagst du so, ja, sorry. Nee, ich wollte nur sagen, also ich labere mich jetzt hier so im Kreis, dass es eben da wohl früher, habe ich manchmal den Eindruck, mehr Abenteuerlust gab, da mal was zu riskieren, auch so von WDR oder sonstiger Senderseite aus. Das ZDF hat ja Ähnliches veranstaltet. Dass man einfach mal mit anderen Ländern zusammen was produziert hat, was unternommen hat und da irgendwelche Co-Produktionen herauskamen, die ja bis heute alle immer noch in unseren Köpfen und teilweise auch auf unseren Bildschirmen sind. Eine der Co-Produktionen, an die ich mich so am meisten erinnere, war die 80er-Version vom kleinen Vampir, die der NDR mit irgendeinem britischen Sender zusammenbringt. Mit Gerd Fröber. Mit Gerd Fröber als deutschen Schauspieler drin, genau. Das habe ich auch geliebt. Das hatte auch einen ganz, ganz eigenen Charme. Gerade auch das Synchronisierte drauf. Also ich fand das damals ganz, ganz toll. Auch das werde ich dir irgendwann in ein paar Jahren mal als Puppkultur verkaufen müssen. Den kleinen Vampir? Ja, weil das ist auch eine ganz, ganz schöne Serie. Na gut. Wenn ich halt alles ins Zirkus verdiene, ich weiß, was eine Puppe ist. Naja, stellen Sie mir irgendwas vor, es wird schon Spaß. Ich war auf jeden Fall überrascht, als ich gelesen habe, mal so nebenbei, dass diese Serie, Lucy, der Schrecken der Straße, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Lucy sage. Das ist für mich irgendwie eine schönere Name. Nein, das ist wichtig. Lucy mit Z. Genau. Dass das zwei Millionen Mark gekostet hat. Ja. Das kann dann ja nur an der Animation liegen, oder? Also ganz ehrlich, zwei Millionen Mark, also oder Schrägstrich eine Million Euro, ist nicht viel für sowas. Ich meine, wir reden hier von sechs Folgen. Ja. Das ist schon, gut, man muss das natürlich gucken, was, also damals war das vielleicht ein anderer Stellenwert, als das, also heute ist alles teurer und heute würde dasselbe wahrscheinlich, dasselbe im selben, wie heißt das, in derselben Qualität wesentlich mehr kosten, würde ich mal tippen. Ja. Also eigentlich war das, also aus heutiger Sicht ein Schnapper, muss man sagen. Ja. Auch allein so, wie sich das dann refinanziert hat oder allein, das wird ja bis heute gesendet. Ich habe wirklich, ich war überrascht, muss ich gestehen. Ähm, ich habe nämlich mal nachgeguckt, wann das das letzte Mal lief und ich hätte jetzt schwören können, dass das eine von diesen Serien ist, die irgendwie im Schrank gelandet sind und leider so in Vergessenheit geraten, wie leider vieles, was wir ja so lieben. Ähm, und dann war ich ganz überrascht, dass ich gemerkt habe, das läuft jedes Jahr irgendwo. Also jetzt meistens so um die Weihnachtszeit rum, also es lief tatsächlich 2023 im Dezember, das letzte Mal im Mitteldeutschen Rundfunk, ich glaube im Jahr davor im WDR. Also irgendwie, man kann sich bei fernsehserien.de, eine ganz tolle Seite, da kann man sich ja so alle, alle Sendedaten angucken, wann was lief und da kann man wirklich so sehen, dass das fast durchgängig von 1980 bis heute so jedes Jahr irgendwo mal auf dem Schirm war. Es ist auch gut gealtert und zwar nicht nur in dessen, dass es uns heute noch unterhält, sondern es holt auch noch viele Themen ab, die wir heute auch immer mehr haben und haben wollen. Es ist eine junge Heldin, die wir hier haben, es ist keine Gewalt drin, sehr viel Fantasie, es ist eigentlich so ein kleines Abenteuer, was man heute noch so gerne nachempfinden würde. Es ist genau das, was die Sender heute dauernd verlangen, ehrlich gesagt, weil es heißt, egal wo ich hinkomme, heißt es immer, wir haben zu wenig Frauen oder Mädchenfiguren in den Serien, was auch stimmen mag und tatsächlich, ich gucke das an und denke, guck mal, das ist ja top aktuell, was da passiert. Ja, absolut. Das zeigt doch das einfach noch ein paar Mal oder, aber kommt nicht auf die Idee, das zu Remaken mit irgendwas. Aber, was wirklich sehr, sehr erstaunlich ist, ich glaube, das hatten wir irgendwie schon mal kurz erwähnt, ich meine, wenn es zu einer Serie geeignet wäre, wenn eine Serie geeignet wäre, dazu Merchandise rauszubringen, wo sind die kleinen Schleichfiguren von Friedrich? Friedrich, es gibt sie nicht. Man muss sie sich selber nachkneten. Was ist denn da verpasst worden über all die Jahre? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch allein, ich meine, oder auch überhaupt Knete. Was bin ich früher als kleines Kind, als ich das gesehen habe, was habe ich Knetmasse im Kaufhaus geklaut? Weil ich immer dachte, wann wird sie denn lebendig? Ja, nix. Es gab nur Ärger. Aber das hätte man natürlich super ausschlachten können. Ich weiß gar nicht, ob es da inzwischen was gibt. Da habe ich jetzt gar nicht nachgeholt. Also auf Ebay, ich habe da mal geschaut, da gibt es tatsächlich nichts. Es gibt ein schönes Bild, das ist auch das Erste, was wir heute mal einblenden, von Oswald. Ich meine, so hätte das bei mir auch ausgesehen. So würde ich die da nachkneten. Vielleicht ein bisschen schöner noch, die sind schon extrem schlecht. Aber das wäre doch, also einfacher wäre es doch nicht gewesen für die Firmen. Ja, ja, natürlich. Also man hätte da wunderschön so kleine, ach, und was würde ich die sammeln? Ja, in allen Positionen. Dann könnte man ja, die haben sich auch einmal verwandelt in Phantomas und Batman, da könntest du auch Variationen. So, naja, das gibt es alles nicht. Mit so einem kleinen Teller zum Zusammenkleben. Vielleicht erklären wir nochmal für all diejenigen, die sich die ganze Zeit jetzt schon fragen, über was faseln diese zwei Deppen denn da schon wieder? Wer ist denn Lucy? Was sind denn das für die Figuren? Also, es ist eine Serie. Lucy ist ein kleines Mädchen, was quasi in einer Woche von Folge 1 angesehen, also es ist die letzte Ferienwoche und sie steht kurz vor der Einschulung und freut sich schon wie Bolle, dass sie jetzt bald in die Schule kommen darf und endlich mal was lernt. Und wir erleben quasi diese letzte Ferienwoche, die sie auch ganz schön runterzählt, indem sie jeden Tag eine Sendung mit der Mausaufkleber von der einen Bettkante auf die andere pappt. Und, naja, und sie ist ganz alleine, weil alle ihre besten Freundinnen sind in den Ferien noch und sie muss irgendwie gucken, wie sich die Zeit vertreibt, aber es gibt die Bande von Oswald. Oswald ist der böse, ältere Nachbarsjunge, der alle immer so in Angst und Schrecken versetzt und seine ganze Gang ist so eine Rowdy-Gang, ja. Und der schließt sich jetzt irgendwie an und würde gerne dazugehören, so. Und um dazuzugehören, also die wollen sie natürlich nicht bei sich haben und vereiern die dann die ganze Zeit und sagen, hier, kletter mal auf das Dach da hoch und dann verstecken sie die Leiter und so. Also sie sind eigentlich richtig gemeine Hunde. Und das führt dann dazu, dass sie dann irgendwann sagen, na, Lucy, wenn du zu uns gehören willst, dann musst du einfach mal, wie jeder von uns in der Bande, etwas klauen. Und das hört sich dann so an. Jeder, der zur Bande gehört, hat schon geklaut. Außer Frieda und dir. Ich hab doch ein Stück Seife geklaut. Seife gilt nicht. Die haben gesagt, etwas, was für alle ist. Aber daran kann man riechen. Mit dieser Seife muss ich mir immer den Hals waschen. Ihr könntet gemeinsam klauen. Luzi und Frieda, zu zweit geht es besser. So, und dann werden Luzi und Frieda gemeinsam also ins Kaufhaus geschickt, um dort nun etwas zu klauen. Und das Putzige ist nun auch an dieser Sache, es ist natürlich etwas sehr Verbotenes. Das wird auch in der Serie einem immer wieder auf allen Ebenen über einen Erzähler und über sonstige Personen nochmal eingebläut, dass Klauen sehr verboten ist. Aber Luzi blendet das alles komplett erstmal aus, weil sie einfach zur Bande gehören will. Und dann geht sie jetzt mit Frieda in dieses Kaufhaus, was ich auch schon ganz süß finde, weil sie natürlich dann erstmal im ganzen Kaufhaus folgendes durch die Gegend plärrt. Ich klaue wahrscheinlich Schokolade. Da steht ein ganzer Berg davon. Und was klaust du? Schrei doch nicht so. Ja, schreit sie erstmal rum. Dass da noch keiner aufmerksam wurde, ist natürlich auch komisch. So, und dann kommt es also dazu, dass Luzi dann irgendwann also eine Packung Knetmasse klauen möchte. Und genau in dem Moment, in dem sie diese Knetmasse schnappt, taucht der Kaufhausdetektiv auf, dargestellt von Otto Jimmanek oder Simmanek, wie auch immer er ausgesprochen dran möge, der der berühmteste all dieser technischen Schauspieler ist, denn das ist der Darsteller, der Pantau gespielt hat. So, Pantau taucht also auf und erwischt sie beim Klauen. Sie versteckt diese Knete hinter ihrem Rücken. Und nun passiert etwas Seltsames, was auch gar nicht weiter groß kommentiert oder erklärt wird im ganzen Verlauf der Serie. Diese Knete wird lebendig und versteckt sich also quasi an der Mütze von der kleinen Luzi. Als Bommelchen, genau. Als Bommelchen, auch sehr schön. Ein sehr, aus heutiger Sicht, etwas holpriger Animationstrick, weil nämlich dann in dem Moment, wo das passiert, sehen wir nicht Luzi, sondern eine offensichtlich als Luzi verkleidete Schaufensterpuppe, wo dann quasi diese Knete so animiert an ihr hochwandert und sich dann an der Mütze versteckt. So, da geht der Zauber los. Von da an akzeptieren wir auch, dass diese Knete lebt und dass das eigentlich zwei Figuren sind, die sich jetzt bei Luzi einquartieren. Genau. Und die quasi Luzi, die die Tage bis zum Schulanfang einfach ein bisschen verschönern, und die auch dafür da sind, so als Freunde, jetzt zu sagen, jetzt machen wir hier großen Spaß. Wir erleben jetzt Abenteuer zusammen. Ich möchte ganz kurz auf Oswald zu sprechen kommen, weil du hast eben gesagt, das ist ja, der hat so eine Bande. Ich finde das immer sehr interessant, wenn ich jetzt als Erwachsener so Autoritätspersonen von ganz kleinen Kindern sehe. Ja, also einfach etwas größere Kinder. Ich finde das dann immer ein bisschen abstrakt zu sagen, oh, der böse Oswald. Oh, 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 oh. Weil aus heutiger Sicht, ich bin natürlich jetzt viel älter als der Oswald. Ja. Jetzt will ich dir überlegen. Aber ich erinnere das auch. Ich hatte das auch in der Schule. Es gab bei uns, hieß der Oswald allerdings Hauke. Schöne Grüße. Der uns da auch so ein bisschen das Leben nicht schwer gemacht hat, weil ich war dann auch irgendwann Teil von Haukes Gruppe. Also ich konnte mich da mit diesem ganzen... Hast du auch Knete geklaut? Nee, nee, das nicht. Oder Seifers. Aber so Mutproben hatten wir nicht, aber das war ja ein gängiges Stilmittel, um in so Banden reinzukommen. Das sind auch die, die immer schon geraucht haben. Ja, genau. Die dann heimlich da irgendwo um die Ecke dann irgendwo da im Gebüsch standen und geraucht haben. Das waren immer... Bei uns hieß es auch immer nur die Großen. Das sind die Großen. Ja. Die sogenannten Anführer auch. Die immer gesagt haben, was man nach dem Nachmittag macht. Aber du hast vollkommen recht. Luzi erkennt die beiden einfach als ganz natürlich an. Sie läuft jetzt nicht irgendwie zur Polizei und sagt, oh Gott, was ist da los? Was sich übrigens durch die ganze Serie zieht. Also man sollte ja meinen, dass irgendwie dann auch mal ein Erwachsener das Ganze wahrnimmt und das in Frage stellt. Aber nein, die beiden sind einfach Teil von Luzi und werden auch von den Kindern später als Luzis Freunde akzeptiert. Also die Warum-Frage wird nie gestellt. Warum passiert das? Es ist einfach so dargestellt. Ich meine, ein bisschen erklären ist die zwei Knetmännchen ihr in der ersten Begegnung selber. Das hört sich dann so an. Guten Tag, Luzi. Es gibt keine fahrtere Zeit als die Ferien. Was? Um ein Haar hätte man uns in den Schlussverkauf gesteckt. Heutzutage will keiner mehr mit Knetmasse spielen. So. Also die Knete langweilt sich einfach in den Sommerferien und deswegen geht sie einfach mal zu Luzi. Luzi kriegt ja eine Packung Pralinen als Wiedergutmachung, weil sich dann ja herausstellt, dass sie wohl doch nichts geklaut hat, weil die Knetmasse sich ja quasi in Luft aufgelöst hat. Und diese Pralinen werden natürlich direkt von Friedrich und Friedrich, die hier aber noch nicht so heißen. Die kriegen ja erst ab Folge 3 ihren Namen. Ja. Wird dann aufgegessen. Und ab hier geht quasi auch die erste Folge schon zu Ende. Ich muss mal sagen, dass sich dieses Stilemittel, wie sich der Abspann darstellt, dass die Figuren jeweils quasi von einer Erhöhung runterhüpfen und die hüpfen dann so in den animierten Abspann rein. Sie hüpfen in eine völlig nicht dazugehörige Studiosituation quasi. Genau, aber ich finde das, das finde ich ganz goldig. Ich finde auch die Melodie vom Abspann viel, viel schöner als die von... Boah, du! Also wir spielen ja hier bei uns hier keine Musik, so viel abwägen aus rechtlichen Malen und so weiter. Aber ein bisschen zum Drüberreden kann man das schon mal abspannen. Hast du was da? Weil es ist so, ich hatte das nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, ich kannte die Musik natürlich. Und ich habe mir jetzt diese sechs Folgen angeguckt. Du glaubst nicht, was mir einer abging, wenn ich diesen Ab... Jetzt geht mir gleich wieder... Erzähl mal ruhig, erzähl. Ja, also das fängt so an, wie wir hören es hier ganz leise unter meinem Gelaber. Und das wird immer größer und größer und orchestraler. Da kommt irgendwann gleich so der richtige Bums. Ich kriege jedes Mal in der Gänsehaut, wenn ich das höre. Also ich gehöre leider manchmal auch zu denen, die den Abspann dann irgendwann so ein bisschen weiter skippen. Aber nicht bei Luzi. Da saß ich wirklich da und habe geheult. Ich finde das total schön. Wie schön das ist. Auch totaler Kontrast zu der Vorspannmusik, die ersparen wir uns mal. Weil hier kommt jetzt wirklich, das kommt wie so ein Orchester kommt jetzt raus. Achtung, eins, zwei, drei, 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 drei. Jetzt gleich. Und das geht auch so weiter. Hier, guck. Ach nee, siehst du ja gar nicht. Aber hier, also warte, ich halte mal meinen Arm hier ans Mikrofon. Hier, Gänsehaut. Ah, schön. Und es hört auch so richtig, richtig theatralisch auf, dass man sagt, oh wow, und jetzt ist die Serie zu Ende. Also ich sehe hier schon Abspannmusik, eine alternative Abspannmusik. Also ich sag mal so, ja, das im besoffenen Zustand, du heulst Rotz und Wasser. Ja, komischerweise. Obwohl die Serie ja, das muss man auch sagen, nichts Trauriges hat. Sie ist ja durch, findest du? Ja, eine Folge hört ja sehr traurig auf. Es ist Folge 4, glaube ich, oder Folge 5, glaube ich, hört ja schon mit der heulenden Luzi auf. Das ist schon ein bisschen traurig. Ja, gut. Aber das ist die einzige Folge, die so ein bisschen... Sie leidet jetzt nicht so stark. Nein, sonst ist es schon sehr viel Spaß. Folge 5 ist es. Genau. Ja, es ist schon ein großer Spaß. Ja? Ja, bitte. Gerne kurz, was du Friedrich und Friedrich sagen. Denn ich habe ein Bild rausgesucht, wenn du jetzt mal, du kriegst es jetzt auf dein Handy geschickt, nehme ich an, während ich mit dir rede. Wenn du mal nah ran zooms, es gibt nämlich so ein paar Szenen, wo man auch so Fäden sieht. Also hier möchte ich dann schon sagen, Friedrich und Friedrich kann man als Puppen bezeichnen. Wenn sie hier und da mal irgendwo runterspringen, dann muss sie das mit Fäden lösen, die sie damals noch nicht so gut wegkritischiert haben, wie man das eigentlich sonst von den Plonsters auf der Saisonstraße kennt, wo sämtliche Miniframes wegkritischiert werden. Na, da sieht man das auch. Ich glaube, das hat aber auch, das ist dem geschuldet, könnte ich mir vorstellen, ich weiß gar nicht, was du für eine Fassung geguckt hast. Ich habe es von Blu-ray, es gibt das Ganze wunderbar, aufbereitet auf einer Blu-ray inzwischen, wo man das natürlich auch hoch aufgelöst sich alles anguckt. Ja, na klar, na klar. Wir sehen das schon wieder mehr, als man früher gesehen hat. Da sieht man natürlich jeden Fussel und jedes Fädchen. Das Phänomen gibt es, glaube ich, auch bei Pumuckl. Wenn man sich das auf Blu-ray anguckt, dann sieht man auch mehr, als man damals gesehen hat. Du, bei all diesen Sachen. Zurück in die Zukunft, sage ich nur, einer der großartigsten Filme, die es gibt, aber wenn du den auf Blu-ray anguckst, dann siehst du jede angepappte Nase bei Martin McFly's Vater und sowas. Aber egal. Ja, aber wo war ich in der Stimme? Wollen wir mal kurz auf die Figuren selber zu sprechen kommen, denn die sind uns Sesamstraßen-Kinder natürlich auch sehr vertraut. Und die sind aus dem gleichen Studio gemacht worden, wie auch die Plonsters aus der Sesamstraße. Ich habe euch mal... Naja, warte mal. Nicht nur die Plonsters, es gab ja noch vor... Wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Ja, na gerne, sehr, sehr gerne. Also da gibt es nämlich noch die sogenannten... Wie hießen sie denn hier? Vor den Plonsters gab es ja noch die Plasti-Notes. Genau. Oder Plasti-Notes oder wie auch immer. Das waren also auch ein kleiner, orangefarbener und ein etwas größerer, grün-blauer Knetmännchen, die in der Sesamstraße und im Sandmännchen vorgekommen sind. Und aus denen wiederum entwickelte sich dann das Trio Diplonsters, die du uns auch schon gerade gezeigt hast. Genau, was sehr, sehr, sehr lange in der Sesamstraße lief. Das sind also auch so drei Knetmännchen, die sind alle nach dem selben Prinzip. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte schwören, ich habe keine 100-prozentige Quelle gefunden, aber dass auch die zwei Knetmännchen aus dem Vorsporn von Hallo Spencer aus dieser Werkstatt kommen. Wir könnten Winfried Debertin ja mal fragen. Vielleicht habe ich ihn das auch mal gefragt und das wieder vergessen. Sowas ist auch gerne Wissen, dass ich dann einmal mitnehme und wieder... Also ich bilde mir ein, dass ich das von irgendwem gehört habe, vielleicht sogar von dir. Aber ich habe leider jetzt bei meiner Recherche das nicht 100-prozentig herausfinden können. Und dann gab es auch in der Sesamstraße so gruselige Verkehrserziehungsknetmännchen. Das geht jetzt wieder in der Zeit zurück. Also wir blenden hier mal so alle möglichen Bilder ein, da wo man uns mit Bildern sehen kann. Und da wird man aber auch sehen, dass diese Figuren sich alle doch sehr stark ähneln. Das ähneln sich alles. Und jetzt mal im Vergleich nochmal Friedrich und Friedrich, hänge ich dir auch nochmal hier dran. Die Originalplonsters, das war ja hier der Blaue und der Grüne, die zusammen ein bisschen die Gegenspieler waren von dem dropsigen Tropfen, der Orange dargestellt wurde. Und da hatte ich jetzt in der Vorbereitung gelesen, die drei Farben, Grün, Orange und Grau, Blau stehen für Bakterien, Grün, Fett, Orange und Schmutz, Grau, Blau, weil das ursprünglich mal für einen Werbespot gedacht war, der aber nie gesendet wurde für Reinigungsmittel. Ganz genau, das habe ich auch. Ich weiß genau, wo du das gelesen hast. Aus dem Heftchen habe ich es nämlich auch. Ähm, ja, ja. Ich wusste auch nie, bis vor ein paar Stunden auch nicht, dass die Plonsters Namen hatten. Der Orange hieß Plummi, der blaue Plops und der grüne Pliff. Ja. Ist wirklich wurscht, darum geht es ja hier auch. Haben wir ähnlich gesprochen wie die Sims aus dem Computerspiel später. Also auf jeden Fall stammen all diese Trickknet-Animationsfiguren oder Claymotion, wie wir Fahrmänner neckisch gerne sagen, äh, aus der Trickfilm-Werkstatt von dem, ähm, auch tschechischen, äh, Trickfilmer Alexander Zapplethal. Genau. Der lebte von 1934 bis 2015. Und der war wiederum verheiratet mit Bettina Mattei, äh, eine Hamburger, ja, Designerin. Ähm, die hat die Figuren entworfen. Das war wohl immer so, dass sie die Figuren entworfen hat und er wiederum hat sie dann bewegt und animiert, ähm, er lebt nicht mehr, sie ist noch am Leben und ist eine inzwischen sehr erfolgreiche Kochbuchautorin. Ja, da war ich auch überrascht. Also ich habe sie auf dem Bild, was sie jetzt eingeblendet sehen, sind das die beiden, ähm, Menschen rechts und ich hatte erst gedacht, Mensch, ich finde die gar nicht, ich finde die, ich habe das erst nicht zusammengebracht, dass das dieselbe Dame ist. Ja. Nicht gesagt. Also die hat irgendwann die Knete an, die macht jetzt ihre Knete mit, mit Kochbüchern sozusagen. Genau. Äh, ja, war es wohl einer der erfolgreichsten Kochbuchautorinnen Deutschlands. Ja, krass. Also die Figuren, ähm, erst mal grob, erst mal die Frage gestellt, wie findest du sowas? Also hast du in der Sesamstraße, wenn das da kam, das hat ja durchaus gerne mal drei, vier, fünf Minuten eingenommen, weggeschaltet oder hast du ganz besonders nah hingeguckt? Ähm, weder noch. Also mich hat das immer fasziniert, das hat mich auch animiert, äh, quasi sowas zu machen, um mit Knete zu spielen, also ich fand das immer toll. Also die konnten sich ja, das haben diese Figuren ja alle gemeinsam. Ja. Äh, die haben ja so diese, ja, wie nennt man das, diese zauberartige Fähigkeit, sich immer so in irgendwas zu verwandeln. Also gerade diese Plonsters oder die Plastiknotze, das fing ja auch immer so an, dass da erstmal nur so eine Knetkugel angerollt kam. Stimmt. Und dann machst du blub, 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 und dann war da plötzlich jetzt noch so ein Gesicht dran oder dann ploppte noch so nachträglich noch so erster Arm oder das Schwänzchen hinten raus. Oder sie haben sich dann selber noch irgendwie noch so eine Perücke aufgesetzt und dann waren sie erst richtig vollständig. Und das machen sie ja alle. Und in der Sesamstraße, Plonsters und Plastiknotze, die konnten da auch immer nicht richtig reden, die haben halt immer nur so... ...gemacht. Das fand ich immer so ein bisschen befremdlich. Also ich fand, also von all diesen Figuren sind mir tatsächlich Friedrich und Friedrich die Liebsten gewesen. Eben weil sie eben zwar das auch alles machten, was diese anderen machten, aber sie auch noch dazu sprechen konnten. Irgendwie mein Herz schlägt dann doch mehr für die sprechende Knete. Und aber ich habe nicht weggeschaltet. Du? Nö, nö. Ich auch nicht. Du bist jetzt schon eingeneckt, ne? Es geht so, es geht so. Also sie sind einfach so oft gelaufen, also gerade in den 80ern, 90ern in nahezu jeder Folge der Sesamstraße, dass sie natürlich festes Inventar sind. Und als sie dann irgendwann mal mitgekriegt habe durch irgendwelche Making-of-Filme, dass das auch noch deutschen Ursprung hat, habe ich da irgendwie wieder so Bezug dazu gefunden. Und generell die Stop-Motion haben wir, glaube ich, alle auch mal ausprobiert mit der ersten Videokamera. Und das ist schon toll. Aber das Recht, wenn sie sprechen könnten, würde das dem Ganzen sehr, sehr viel dazu geben, ja. Meine Videokamera konnte das nicht. Da war ich immer noch, da bin ich bis heute noch traurig. Also ich wollte immer sowas machen. Hast du sowas mal gemacht später in deiner Karriere in Stop-Motion? Nee, ich habe, nee, also ich habe so eine App auf dem Handy, glaube ich, aber ich habe es tatsächlich nie so richtig gemacht. Also so ein bisschen, wenn man mal so ein Radiergummi über den Schreibtisch wandern lässt und so. Ich habe jetzt so eine App, mit der ich Zeichentrickfilme machen kann auf meinem iPad und da mache ich ab und zu mal das, was ich eigentlich ursprünglich mal werden wollte. Denn bevor ich selber in der Puppe gelandet bin, war ja mein großer Lebenstraum, eigentlich Zeichentrickfilme zu machen. Comics und Zeichentrickfilme wollte ich zeichnen. Bis ich halt festgestellt habe, dass man da wahnsinnig viel für zeichnen muss, bis sich das Ganze bewegt. Und dann bin ich dann doch irgendwie bei der Puppe am Ende gelandet, die sich halt, die ja eigentlich auch wie ein Cartoon oder wie ein Trickfilm ist, aber sich eben in Echtzeit bewegt. Man muss ja auch sagen, gerade bei den Plonzerfiguren, die sehen ja alle auch sehr, sehr schön rund aus. Also die sind ja nicht einfach nur Knetfiguren, die dann so umgeklappt werden und dann hängt da der halbe Daumenabdruck noch drin. Die sind ja auch alle immer sehr perfekt so dargestellt. Das konnte man damals ja auch nicht so richtig schön retuschieren. Da war ja wirklich sehr, sehr viel Handarbeit und Liebe zum Detail dabei. Das ist ja das Schöne. Das ist natürlich etwas, was heute natürlich auch ein bisschen den Charme, glaube ich, ausmacht. Natürlich wirkt das alles sehr rumpelig und sehr, 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 ja, noch sehr unbeholfen teilweise. Aber natürlich muss man es auch wieder so im Kontext der Zeit sehen, dass das damals schon eine Sensation war. Weil ich meine, es gab zwar so kleine Kurzfilmchen mit den Plonsters und sowas, aber dass man jetzt eine gesamte Serie macht, die das dann auch noch mischt. Realfilm und diese Trickfilmsache, das gab es eigentlich vorher nicht. Das war auch, glaube ich, fast weltweit, würde ich fast behaupten, schon eine große Innovation, sowas mal zu machen oder sowas zu wagen. Also in diesem Umfang auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch. Also ich habe 1980 noch nicht gelebt. Wenn ich, sagen wir mal, sieben, acht Jahre gewesen wäre, dann wäre das wegweisend gewesen für alles. Das hätte mich umgehauen ohne Ende. Ich hätte nur noch Play-Doh-Knete gekauft. Ja, ja, also ich habe sehr viel geknetet als Kind. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, ich bin auch durch die, ich habe auch die Figuren, ich habe mir immer mehr Friedrich und Friedrich nachgeknetet, natürlich. Ja. Aber wie gesagt, ich hatte dann leider nicht die technischen Möglichkeiten, die dann auch noch so irgendwie zu Stop-Motionisieren. Ich fand auch die Stimmen von Friedrich und Friedrich ganz gut. Vielleicht können wir mal ein bisschen zu den Synchron-Stimmen kommen. Ja, also der große Orangene, das ist Klaus Höhne und der kleine Grüne, das ist Michael Habeck, die Stimme, die wahrscheinlich noch die fast prominentere ist. Beides natürlich Schauspieler. Und Michael Habeck kennen wir auch als die Stimme von Oliver Hardy, von dick und doof. Oder eben auch von vielen Puppen, wie zum Beispiel Lou Zeeland mit seinem Bumerang-Fisch aus der Muppet-Show. Oder er war zeitweise auch Ernie nach dem Gerd Dufner und ich glaube Peter Kirchberger. Peter Kirchberger ist zuerst gemacht. So viele Zeichentrickfiguren, auch ohne Ende bei den Jetsons war, glaube ich, Elroy. So, der war Baby, Fossi in den Wacken-Babys. Ja, also die Stimme kennt man wirklich und die passt hier aber auch sehr, sehr schön rein. Also ich finde die beiden super gut, wie sie reden können, auch sich miteinander unterhalten. Und du hast ja eben schon richtig gesagt, man hat das gut gemischt. Aus heutiger Sicht sieht man natürlich relativ schnell, aha, okay, jetzt haben sie hier, also selten sieht man ja Schauspieler und bewegende Knetfigur zusammen. Samen auch mal, so ein Bild-in-Bild-Verfahren, aber durchaus sehr, sehr selten. Also das ist das Faszinierende, was mir aufgefallen ist, dass es tatsächlich, ich hatte es tatsächlich, ich habe die Serie länger nicht gesehen und ich hatte es nicht mehr so in Erinnerung. Also wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich gesagt, die sind andauernd, passiert das gemeinsam. Die Wahrheit ist, dass da sehr viel getrickst wird. Dass da eigentlich, das meiste lebt über Schuss gegen Schuss. Das bedeutet, du siehst irgendwie entweder nur Luzi, wie sie irgendwie nach unten guckt und sagt, was macht ihr zwei denn da schon wieder? Und dann ist halt ein Schnitt auf den Boden oder sonst wo ins Regalfach, wo die zwei Knetmännchen sitzen und ihr antworten und du siehst sie quasi nur alleine, wo man weiß, da hat man diese Sequenz jetzt separiert von der anderen Sache, dann eben animiert in einer Szenerie. Aber dann gibt es eben so in jeder Folge immer so ein, zwei Momente, wo man noch ein bisschen mehr Mühe sich gegeben hat oder dann noch ein bisschen mehr in die Trickkiste greift. Und da sieht man dann zum Beispiel mal so Luzi auf dem Sofa sitzen und die zwei stehen dann so auf dem Schränkchen neben ihr. Ich zeige ihr mal so ein paar Bilder. Wenn man natürlich sich die anguckt, dann sieht man auch, dass die sich ein bisschen, also man sieht den Trick da drin ein bisschen. Also man sieht, dass das dann schon irgendwie so übereinandergelegt hat. Das ist auch ein bisschen verwaschener, ne? Das ist irgendwie ein bisschen verwaschener. Ja, es gibt auch so eine Szene, wo sie so in der Küche dann so sich da hinter dem Geschirr verstecken. Wenn man da mal jetzt genau hinguckt, sieht man auch, dass da irgendwie das Bild teilweise nochmal ausgeschnitten und wieder drüber gelegt wurde. Da gibt es dann so farbliche Unterschiede. Das sieht so ein bisschen alles aus wie so eine rumpelige Collage, die so einer zusammengetebt hat. Ja, und es gibt auch Momente, wo quasi beides da ist. Wo man erst die Figuren sieht und dann schaltet man auf den Schauspieler und dann läuft er nochmal so an den Figuren, die man gerade animiert gesehen hat, so quasi in derselben Szenerie vorbei. Da gibt es ein schönes Beispiel, was ich mir hier mal mitgebracht habe. Und zwar ist das der zerbrochene Teller, den die Figuren etwas anders zusammenkleben, als er dann hochgehoben wird, neben den dann erstarrten Figuren. Aber das merkst du natürlich nicht, wenn du das dann ganz schnell einmal guckst. Also ich finde das schon wirklich sehr schön gemacht. Also sind wir schon bei der Stelle, wo wir über Anschlussfehler reden wollen. Oh, da hast du eine Menge, habe ich gehört. Also es ist das Anschlussfehler-Festival, ehrlich gesagt, diese Serie. Also ich verzeihe der Serie natürlich mal wieder alles, wie ich meinen alten Kindheitserinnerungen immer sehr vieles verzeihe. Aber da sind natürlich viele Dinge, also diesen Teller, der ist mir jetzt sogar durchgeflutscht in der Anschlussgeschichte. Es fängt schon damit an, bei den Figuren an sich, bei Friedrich und Friedrich. Denn wenn man mal genau hinguckt, ja, ich zeige dir zum Beispiel mal hier, das ist ein Bild, wo sie das erste Mal auftauchen. Da sehen wir auch sehr deutlich, dass die beiden Ohren haben. Ja, so kleine, nach oben geknetete kleine Öhrchen. Und dann gibt es aber auch wieder etliche Szenen, in denen die beiden keine Ohren haben. Wo sie einfach da stehen und glatte Wangen besitzen. Bis hin zu der Szene, wo sich Friedrich und Friedrich selber kneten. Da ist dann alles durcheinander. Da steht dann, da knetet dann der Grüne einen Friedrich mit Ohren, hat aber selber keine und umgekehrt. So, da geht es schon mal los. Dann auch ganz toll, Luzi, Folge 2 ist es, glaube ich. Da sitzt die Familie am Abendessenstisch. Und die Eltern dürfen natürlich nicht wissen, dass sie jetzt zwei lebendige Knetmännchen bei sich hat. Und die stehen natürlich unterm Tisch und wollen jetzt auch was von dem leckeren Essen abhaben. Und Luzi, was gibt man dem Knetmännchen zu essen? Zuckerwürfel. Luzi schmuggelt immer heimlich Zuckerwürfel nach unten. Zuckerstückchen. Zuckerstückchen, das durfte man damals im Kinderprogramm noch zu sich nehmen. Auf allen Ebenen. So, und wie du hier siehst, also sie nimmt die berühmten Glücksklee-blattförmigen Zuckerwürfel vom Tisch, lässt sie fallen. Unten macht es plupp. Und was kommt unten an? Quadratische Zuckerwürfel, die die Knetmännchen auffangen und dann verspeisen. Also das sind so Kleinigkeiten. Dann habe ich hier noch einen schönen Anschlussfehler. Was war das andere? Das ist natürlich jetzt nur für die super Nerds wie mich. Es gibt dann eine Szene im Kinderzimmer von Luzi. Da sind da Hunde in der Wohnung und die beiden Knetmännchen sind ein bisschen auf der Flucht und müssen sich also ganz schnell tarnen, um von den Hunden nicht erwischt zu werden. Und sie verkleiden sich oder sie verwandeln sich in ein kleines Eimerchen und ein kleines Schäufelchen auf dem Kinderzimmertisch. Und wie du hier auf diesem Bild siehst, neben dem kleinen Eimerchen liegt ein Fix- und Foxy-Heft. Ja. Ja, aber wenn dann die Hunde reinkommen, dann liegt da nicht mehr das Fix- und Foxy-Heft, sondern die Mickey-Vision. Das Mickey-Maus-Sonderheft. So was fällt mir natürlich auf. Aber das sind jetzt alles Sachen natürlich... Also ich war so grundsätzlich unabhängig jetzt von diesen Fehlern schon beeindruckt, wie sie das wohl animiert haben teilweise. Weil sie wirklich ja eins zu eins erkennbar dann wohl diese Szenerie im Trickfilmstudio nochmal nachbauen mussten oder irgendwie scheinbar aufgebaut haben. Ich glaube nicht, dass sie da erst mit den Menschen in der realen Welt gedreht haben und dann alle rausgeschickt haben und dann erstmal ein paar Stunden da verbracht haben, um die Knete zu animieren, sondern das muss ja schon irgendwie getrennt voneinander passiert sein. Ja, also sowas finde ich auch tatsächlich interessant. Ich habe ein Bild, das hast du sicherlich auch, das geistert durchs Internet, auch durch diese Booklets und so, wo man so ein bisschen mal über die Kulissen gucken kann. Weil wir haben hier ja so viel Fantasie drin, dass man sagen kann, das konnte man unmöglich in der Mietswohnung drehen. Also relativ am Anfang wird ja schon das Wohnzimmer geflutet. Später wird es noch zu einer Eisbahn. Und es geht trotzdem immer alles ganz gut aus. Wie ganz genau Friedrich und Friedrich das dann wieder zurückzaubern, an das bleibt der Fantasie überlassen. Ja, das geht also relativ schnell. Also die ganze Wohnung steht unter Wasser. Wasser strölt durchs ganze Treppenhaus. Und Luzi guckt aus dem Fenster und sagt, oh, meine Eltern kommen. Und innerhalb weniger Sekunden ist die ganze Wohnung wieder mehr oder weniger trocken. Nur noch irgendein kleiner Fisch schwappert so ein bisschen abends nicht über den Boden. Der überlebt immer, ja. So, also das ist schon, ja, aber man akzeptiert es. Und das ist ja das Interessante an dieser Serie, dass sie eben aus dieser Kindersicht erzählt wird. Und ich glaube, ein Kind hinterfragt das auch nicht. Das ist einfach so. Ich habe diese Serie als Kind, als ich sie gesehen habe, ich bin ja mehr oder weniger im gleichen Alter wie Luzi. So, oder war es damals. Ich habe das nicht hinterfragt. Das war für mich alles selbstverständlich. Natürlich ist da die Knete. Natürlich ist die Wohnung jetzt unter Wasser und wir können Schiffchen spielen. Und der Staubsauger ist die Riesenkrake. Und wenn die Mutti die Treppe hochkommt, dann dauert es halt so ein paar Sekunden, dann ist das alles wieder trockengelegt. Ich habe auch so kurz überlegt, ob das Ganze vielleicht einfach nur so eine, ob die ganze Serie vielleicht nur eine Einbildung war von Luzi. Vielleicht hat sie das alles nur in ihrer Fantasie sich ersponnen. Vielleicht war das ja auch einfach nur eine Folge der Reihe. Meine Damen und Herren, wir setzen unser Programm fort mit der Reihe Das Kind und seine Welt. Ich finde diese Einspieler sehr, sehr, sehr cool gemacht. Also, was sie da auf dem Fernseher abfilmen. Das ist einmal, wo Luzi hier Staubsauger, was sie da macht. Das sieht man auch richtig schön WDR. Also, man sieht offensichtlich, dass es irgendwas Deutsches ist. Man kann sagen, die Schauspieler... ...deutsches Fernsehen. Wir sehen auch in einer Szene hier Gabriele Krone-Schmalz. Ja. Falls man sie noch kennt auf dem Fernseher. Und natürlich, du hast es gerade angespielt, das Kind... Was wird das... Das Kind und seine Welt. Das Kind und seine Welt. Und wer präsentiert diese Sendung? Gerd Münteviering. Ein sehr merkwürdig, stieselig aussehender Mensch, der sehr langweilige Texte über das Fernsehkonsumverhalten von Kindern vor sich lässt. Aber der Gag ist, dass dieser Mensch, den wir da sehen und hören, der Redakteur und Miterfinder dieser Serie ist. Der auch der Einzige ist, der, das finde ich sehr niedlich, im Abspann, wo die ganzen Namen der mitarbeitenden Leute geknetet sind. Der hat noch so... Sein Nachname hat das Ü von Münteviering, hat noch so zwei Knetmännchen. Das hättest du doch auch genauso gemacht. Natürlich hätte ich das so gemacht. Das verlange ich auch. Also, deswegen... Es gibt nichts Besseres als Namen mit Umlauten. Ja. Wo man einfach noch so kleine Augen draufsetzen kann. So, und Gerd Münteviering hat die Serie mitentwickelt. Der ist übrigens auch mehr oder weniger der Erfinder der Sendung mit der Maus. Also, der hat das damals... Seit den 60ern war er beim WDR im Kinder- und Familienprogramm tätig. Hat das dann später auch geleitet, das Kinder- und Jugendprogramm. Und hat halt ganz viele Serien mit auf den Weg gebracht. Lied eben viele dieser... Schäschischen, ich weiß, was ich meine. Schäschischen Serien. Und die Maus. Ja. Deswegen taucht die Maus ja auch immer wieder auf, auch in dieser Sendung. Luzi unterhält sich permanent mit Friedrich und Friedrich. Sie machen ganz viel Quatsch in der Wohnung, in der Küche, überall. Auch bei Oswald treiben sie dann ihr Umwesen. Denn Oswald ist ja eigentlich so zwar schon der Gegenspieler, aber er steht auch stark unter den Pantoffeln seiner Eltern. Oswald ist Musiker. Na ja, als Musiker ist er natürlich hochbegabt. Also er soll ja natürlich... Also er wird von seiner Mutter gezwungen, natürlich auf dem Klavier zu klimpern. Er spielt die ganze Zeit dann für Elise. Ja. War auch das einzige Stück, was ich als Kind irgendwie lernen konnte. Und er mag das natürlich alles überhaupt nicht. Aber seine Mutter ist auch relativ autoritär. Also das ginge heute nicht mehr. Also irgendwann muss er mit Mutti dann einkaufen gehen, weil er das große Klavierkonzert, was da bevorsteht, noch zum Friseur muss und irgendwie neue Wäsche braucht. Und dann rennt so die ganze Oswaldbande an ihm vorbei, weil die da alle jetzt zur Eisdiele rennen. Und er fragt halt seine Mutter, ob er mitkommen darf. Und sie antwortet Folgendes. Kann ich nicht mit denen gehen, Mutti? Jetzt? Mami! Du kannst es dir aussuchen. Entweder Eis oder ein paar Ohrfeigen. Ja gut, okay. Gut, den Satz müssen wir neu synchronisieren. Aber ansonsten können die Serie wunderbar gesendet werden. Ja, aber ich meine, es gibt auch eine wunderschöne Stelle, in der Oswald Friedrich und Friedrich das erste Mal begegnet. Nein, ich weiß, was jetzt kommt. Weißt du, was kommt? Habe ich auch. Also sie verstecken sich da bei ihm in der Wohnung und Oswald sitzt beim Frühstück und dann schlägt sein Frühstücksei auf. Und dann aus dem Ei kommt so ein kleiner doppelköpfiger gekneteter Drache, der eben Friedrich und Friedrich in verwandelter Version ist. Die ihm dann erst mal mit folgenden Dingen drohen. Oswald, jetzt bist du dran. Zuerst werden wir dich schön langsam foltern. Dass du bis an dein Lebensende zittern wirst wie Sülze. Und bei dieser Folter erleidest du Tantalusqualen. In deinem Schädel wird es hämmern wie ein Wecker am Morgen. Fallen. Da freue ich mich schon. Tantalusqualen ist mein neues Lieblingswort. Es gibt später noch einen anderen Deal, den sie machen, der klingt so. Das schenken wir dir zum Dank dafür, dass du uns gerettet hast. Ach, nicht der Rede wert. Und wenn du uns wieder zu Luzi bringst, foltern wir dich auch nicht. Ja, also das Foltern, das geht durch. Foltern ist ein großer Spaß in dieser Serie, das stimmt. Ich habe aber noch einen anderen, wenn wir schon bei Ausschnitten sind, dann habe ich das ja auch gleich mal weg. Denn wir haben überhaupt noch nicht erklärt, warum heißen überhaupt Friedrich und Friedrich, Friedrich und Friedrich. Weil sie haben ja am Anfang auch gar keine Namen. Auch das finde ich eine tolle Sache, dass die Hauptdarsteller erst am Ende der ersten Folge mal für ganz kurz einen Moment auftauchen. Kleiner und großer nennt sie ihn immer. Die Zeit muss man sich auch erstmal nehmen. Die Folge 2 dieser Serie trägt den Folgen-Episode-Titel Luzi und Friedrich und Friedrich, obwohl sie in dieser Folge überhaupt nicht so genannt werden und auch noch nicht mal diese Namen besitzen. Denn erst in Folge 3 findet folgender Dialog statt. Ach, übrigens, ich weiß überhaupt nicht, wie er heißt. Das kannst du nicht wissen, weil es ein furchtbares Geheimnis ist. Wenn du unsere Namen erfahren würdest, würdest du graue Haare bekommen. Und du würdest bis an dein Lebensende zittern wie Sülze. Jawohl, weil wir nämlich... Weil wir nämlich was? Weil wir nämlich keine Ahnung haben, wie wir heißen. Auf der Packung, in der du uns gefunden hast, stand extra bunte, super feine... Super feine Knetmasse. Copyright? Copyright. Super feine Knetmasse. Warenzeichen. Bei Halshuber Schubmeister. Friedrich und Friedrich Aktiengesellschaft. Ja. Du kannst es dir aussuchen. Du kannst uns auch empfohlener Ladenpreis nennen, wenn du willst. Empfohlener Ladenpreis? So heißt keiner. Friedrich und Friedrich. So, ganz einfach. Also heute könnten wir echt Bingo spielen. Das ist auch ein Clip, den ich natürlich rausgesucht habe. Achso. Ja, wir müssen dazu sagen, der Julian und ich, wir bereiten uns ja unabhängig voneinander immer auf diese Podcasts vor und erzählen uns nicht so viel, beziehungsweise wir bremsen uns immer gegenseitig, dass wir uns nicht vorher schon das ganze Pulver verschießen. Und jeder sucht natürlich so für sich seine Bilder und seine Schnipsel raus und hat hier sowas dann liegen. Und erst wenn wir uns hier live treffen, wie jetzt gerade, dann spielen wir uns das gegenseitig vor und ist wahrscheinlich heute so wie auch häufig, dass wir unabhängig voneinander dieselben kleinen Ausstattungen zurechtlegen. Ja, genau. Ich habe noch ein anderes Bild mit rausgesucht. Und zwar gibt es auch manchmal so den Moment, wo man quasi die Schauspieler, also hier Luzi mit den beiden Figuren, ein bisschen zu lange zusammensieht, wo doch relativ schnell klar wird, dass Friedrich und Friedrich im wahren Leben relativ starr sind. Ja, da hat man dann einfach die Figur neben sie gestellt und ich finde gerade in dem Bild, was du mir jetzt hier zeigst, ist eins von diesen Momenten, wo ich manchmal den Eindruck habe, war da der Knetmeister nicht vor Ort? Hat das jemand von der Requisite nochmal versucht, ein bisschen schrabbelig nachzukneten? Weil manchmal sehen sie so ein bisschen verzogen aus, findest du nicht? Ich finde sie gerade hier in diesem Bild, wo sie beides aus dem Fenster gucken, also vielleicht hat sich einer in der Mittagspause aus Versehen auf die Packung gesetzt und dann hieß es auch, scheiße, wir müssen das nochmal nachkneten, rasch. Wie schaut denn die nochmal aus? Welcher war denn der Große? Also es ist ein bisschen unbeholfen, aber es funktioniert. Sie trägt die beiden sonst auch gerne so mit rum, manchmal so eine kleine Tasche, manchmal so den Arm und so. Dann geht es natürlich, wenn sie sie quasi so hin und her. Aber das ist auch wichtig. Also wenn wir die jetzt nur unabhängig voneinander sehen würden, würde das auch, glaube ich, nicht funktionieren. Man muss das auch irgendwie so lösen, dass man sie haptisch anfassen kann, finde ich auch ganz, ganz gut. Ja. Naja. So, ich gucke mal hier gerade, was ich noch alles hier... Ja, also hast du denn deinen Party-James eingepackt, frage ich mich. Den Party-James? Möchtest du erklären, wer oder was der Party-James ist? Ja, also der Party-James, das ist... Das ist natürlich jetzt auch viel in der Kölner Innenstadt. Es gibt auf YouTube einen coolen kleinen Bericht von jemandem, der sich mal die Mühe gemacht hat, rauszusuchen, wie die, ja, wie die Örtlichkeiten heute aussehen. Es ist, glaube ich, du wohnst ja in Köln. Für eine Rundreise, glaube ich, dann doch ein bisschen zu abstrakt bis auf den Friseur-Laden. Also, naja. Also, ich muss dazu sagen, ich war kurz davor, heute, bevor wir uns hier verabredet haben, wollte ich noch ein, zwei Stationen tatsächlich mal abfahren und dir noch ein Foto schicken, wie ich da stehe und das Gleiche machen wie Luzi. Habe ich aber dann irgendwie zeitlich nicht mehr hingekriegt, weil ich noch ein paar andere Sachen zu erledigen hatte. Also, man muss dazu sagen, diese Serie, eben weil es ja eine scheschische Produktion ist, wurde quasi in Köln und Umgebung und in Prag gleichermaßen gedreht. Also, da, wenn du dich fragst, wo sind denn die zwei Millionen Mark abgeblieben, ja. Also, da wurde schon sehr viel hin und her geschippert. Also, das Wohnhaus, in dem Luzi wohnt, das steht irgendwo in Prag oder in Chechen. Da hat man eigens dafür sogar deutsche Autos, deutsche Telefonzellen und Briefkästen dahin gekarrt, um die da aufzustellen, damit es ein bisschen deutscher dort aussieht. Man erkennt es wohl, haben irgendwelche spitzfindigen Menschen im Internet rausgehauen an den Laternen oder irgendwie sowas, die nicht deutsch wirken oder so, also, dass das irgendwo anders stattfindet. Also, das Haus steht in Prag und auch die ganzen Innenszenen in der Wohnung von Luzi, das ist alles ein Studio in Prag. Die meisten Außenszenen tatsächlich sind in Köln gedreht worden. Also, was mir tatsächlich selber großen Spaß macht, da ich ja in Köln lebe und jetzt manches sehe und natürlich auch beim Gucken jetzt direkt wiedererkannt habe. Also, da gleich in Folge 1 oder Folge 2, ich glaube Folge 1, steht die Familie da im Stau und dann stehen sie da direkt am Barbarossa-Platz, wo ich natürlich mich erstens amüsiere, was damals für Autos durch die Gegend fuhren. Das sieht echt total witzig und bunt aus, das ist krass, das sieht aus wie so ein Spiel. Glitsch bunte Autos, wer hat denn heute noch ein gelbes Auto oder ein knallgrünes? So, aber es ist eben der Barbarossa-Platz, der natürlich mehr oder weniger immer noch so aussieht, bis auf die Tatsache, dass da, wo jetzt da die VW-Busse stehen, da auch alle schon zugebaut ist mit irgendwelchen anderen Läden und so. Dann ist auch hier ganz toll, ah, warte, Moment, das muss ich jetzt kurz suchen, wo sie dann irgendwie da über die Mauer torkelt, wo habe ich da meine ganzen Köln-Fotos? Also, es gibt irgendwo ein Foto, wo sie da, finde ich jetzt nicht, also, wo sie... Ja, wo sie da auf der Mauer... Wo nun sie so ein bisschen so auf so einer Mauer balanciert, das ist ja an der Kölner Nord-Süd-Fahrt, da geht es ziemlich tief runter, also, das habe ich so gesehen und dachte, na, Donnerwetter, dass sie da das Kind da einfach so über die Mauer torkeln lassen. Das ist heute noch eine relativ steile, abschüssige Straße, aber, naja, war wahrscheinlich auch gut versichert. Ja, und der Friseurladen sieht noch ziemlich ähnlich aus. Der Friseurladen, das Haus neben dem Friseurladen sieht sogar immer noch so aus, mit derselben Schrift wohl da drüber, da irgend so ein Honigladen oder sowas ist, da, dann stehen sie da auch am Heulmarkt, da, wo jetzt Galavia Kaufhof ist, laufen sie drauf zu. Dann ist das Kaufhaus, in dem Luzi Cloud, war in Köln früher die Kaufhalle, das ist das in der Hohe Straße, wo jetzt der Mediamarkt drin ist. Auch wieder so ein Anschlussfehler übrigens, wenn sie aus dem Kaufhaus rausgehen, sieht man sehr deutlich, zeige ich dir mal hier an der Tür, das Logo von C&A. Das haben sie dann wiederum in der Schildergasse gedreht. Was gibt es denn da zu lachen? Das interessiert dich nicht, die Bohne, ich merke mich schon. Also in dem Kaufhaus hier, in dem Mediamarkt, habe ich meine erste DVD gekauft damals. So, war es vielleicht die DVD von Luzi, der Schrecken der Straße? Das wäre jetzt sehr cool. Ich glaube, das war 2001. Ja, das ist natürlich super, dass man da jetzt so wieder hinlaufen kann. Das ist ja ganz, ganz klar. In Köln kannst du überall hinlaufen. Ja, dass sie sowas in Deutschland gedreht haben. Man kann sagen, die Schauspieler sind tschechisch und die Kulissen sind deutsch. Und das Bild, was du jetzt zeigst, zeigt den Vogelsangerweg. Ja, genau. Ja, genau. Und die Autobahnzufangen. Der Typ links sieht aber cool aus hier. Der macht aber einen coolen Blick. Ja, das ist einer von Oswalds Bande. Einer von denen, die nie Text haben oder immer nur so mitlaufen. Ich glaube, auch so ein, zwei Mitläufer in dieser Bande, die nicht weiter so ins Gespräch gezogen wurden. Ich wollte noch sagen, der Party Janes, der kann alles. Der kann Dosen öffnen. Der Party Janes ist ein lustiger Artikel. Also es gibt da eine Folge, Luzi wandert durch die Stadt oder wie hieß die Episode? Warte. Luzi geht durch die Stadt, Folge 4. Das ist im Grunde so eine kleine Sketchparade, kann man das vielleicht nennen, wo eigentlich Luzi immer nur so mit der ganzen Bande so durch die Kölner Innenstadt rennt und dann machen sie eine kleine Episode beim Gemüsehändler. Dann wieder so eine bei so einem Straßenverkäufer, der eben den Party Janes verkauft und so. Also wie schon angedeutet vorhin, es ist sehr viel Comedy und sehr viel Slapstick und sehr viel Spaß drin und also es passiert immer wieder auch was im Bild. Auch mit dem Tankwart. Der Tankwart, der der Darsteller ist von Rumburack, dem bösen Zauberer aus der Märchenbraut. Also auch da, wie gesagt, uns begegnen all diese Gesichter immer wieder. Und der Friseur, der gibt ja auch viel darauf, dass er prominente Kunden hat. Da habe ich noch ein kleines Audio-Snippet mitgebracht. Natürlich sagen uns alten Hasen die Namen alle noch was. Da sind aber noch sehr viel mehr Fotografien. Und fast alle mit Widmung. Da sind noch Fotos von Roberto Blanco, Uschi Glas, Gerd Müller, Udo Jürgens. Die waren fast alle meine Kunden. Die waren fast alle meine Kunden, aber nicht alle. Fast alle. Ja, bis auf Heine, Uschi Glas, Roberto Blanco und Gerd Müller wahrscheinlich. Die waren fast alle meine Kunden. Ja, ich erkenne an der Wand auch noch Hardy Krüger, Udo Jürgens und Michael Schanze. Also ich habe hier gerade auch noch ein Bild raus. Ich glaube, oben könnte entweder Jean-Paul Belmondo oder Vicky Doriani sein. Das erkenne ich nicht so genau. Aber naja, also die ganze Who is Who, was der WDR halt noch so in Bildern schiefert. Aber das ist ja ein gängiges Stilmittel auch von Theatern und Restaurants, dass die immer genauso was aufhängen. Wer hat da schon gesessen und so weiter. Das ist realistisch. Das machen wir doch alle. Hast du nicht Fotos mit Prominenten in deiner Wohnung hängen, die du mal getroffen hast? Nicht von mir selber mit drauf, nee. Nein? Noch nicht. Du? Ja. Ja. Ja, stimmt. Ein paar. Aber ja, mehr meine Puppen und Prominenten. Ja, das ist richtig. Ich tauche auf meinen eigenen Bildern selten auf. Das sind dann immer nur Figuren von mir, die ich hochhalte. Ja, das ist so der Friseurladen. Also es geht hier wirklich, ich muss schon sagen, wo du eben gesagt hast, es passiert ständig was. Ich fand auch nicht eine Folge langweilig. Nee, das ist ja das Schöne. Es hat auch ein wahnsinniges Tempo. Die Handwerker-Folge ist die beste von allen. Die Folge 5. Das ist da. Das ist Folge 5. Das ist die größte Comedy-Folge da jetzt überhaupt. Das ist so, da wird Friedrich und Friedrich legen erstmal die Wohnung auf Eis. Das heißt, die ganzen Kinder machen irgendwie Schlittschuhrennen und Eishockey-Duell-Match im Wohnzimmer. Und nebenan passiert eine Comedy-Szene, die wirklich wie aus so einem, ja, wie aus so einem alten, das könnte auch so ein Laurel und Hardy-Ding sein. Also eigentlich soll nur der Handwerker kommen und den Kühlschrank den kaputt reparieren. Der reißt dann erstmal die Leitung aus Versehen aus der Wand. Da muss der Elektriker kommen. Der zerteppert dann aus Versehen den Fernseher. Da muss noch der Fernseher. Also es wird immer mehr und mehr und immer kaputter und kaputter. Und diese ganze Handwerker-Firma quasi wandert immer einen Bus mehr zu diesem Haus, wo die alle wohnen und das ist hinreißend erzählt und gemacht und tolle Schauspieler. Und das kann man sich immer wieder angucken. Ich bin ganz begeistert. Hattest du die Serie auch so in Erinnerung, wie sie aufgehört hat tatsächlich? Also es wirkte ja schon irgendwie so bei der letzten Folge, wo man dann die Knete zurückbringt und jetzt beginnt quasi der Ernst des Lebens. Jetzt geht die Schulzeit los. Und das ist irgendwie auch, es wirkt so wie so ein Abschied von Friedrich und Friedrich. Ich hatte gedacht, aber es ist wirklich lange her, dass die Knete zurückgebracht wird und es damit dann auch beendet ist. Nee, das geht doch nicht. Das muss doch ein Happy End haben. Wäre aber auch irgendwie schön gewesen. Ja, wäre schön gewesen. Also ich wusste irgendwie, dass das gut ausgeht, sagen wir es mal so. Ich wusste aber auch zugegebenermaßen nicht mehr genau, wie das Ende dann ist. Also ich wusste irgendwie, dass das nochmal, dass die da erstmal das zurückbringt. Ähm, aber jetzt, ja genau, wie es genau ist. Also der Opa soll ja die Knete zurückbringen und sie nochmal kaufen. Und zwar ganz genau diese Knete. Genau, also dieses selbe Exemplar. Genau das soll er zurückbringen. Wird dann auch, wie seine Enklin auch, des Diebes beschuldigt. Das fand ich ja sehr, sehr süß. Wird wieder von Pantau erwischt. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich etwas, wo ich aber, einer der wenigen Momente, wo ich mir so eine Sinnfrage stelle, wo ich denke, das ist doch Blödsinn. Warum soll denn der Opa die Knete erst da hinlegen und dann nochmal nehmen und an die Kasse bringen? Er hätte direkt zur Kasse gehen können. Er kann also direkt das da reinschleppen können und sagen, hier, da, und damit an die Kasse wandern. Aber vielleicht ist das genau dieser Zauber, den es braucht. Oder braucht, funktioniert der Zauber, dass diese Knetmädchen lebendig sind? Geht nur dadurch, dass man eben den Diebstahl wieder rückgängig macht und es dann nochmal von vorne reinkommt oder so. Den Opa fand ich natürlich ganz toll. Er hat die Stimme von Graf Zahl. Ja, Alf Marhol. Genau, das ist mir sofort erkannt. Und Frau Krause, hier die Mutter, hatte die Stimme von der bezaubernden Genie. Also das habe ich auch sofort, sofort wahrgenommen. Das ist wieder eine von diesen Synchrongeschichten. Wir erkennen all diese Stimmen. Sofort. Der Erzähler ist Erik Schumann, den wir hier, nachdem ich das neulich gesucht habe, hier, der Stimme von Telekatz. Ja, stimmt. Selbst wenn dies ja keine Puppensendung wäre, hätten wir sehr viele Puppenreferenzen. Wir haben alle schon mal irgendwie was mit Puppen gemacht. Genau. Stimmt, das ist dieselbe Stimme. Krass. Ja, hast du recht. Ja, ja, klar. So, was mich natürlich auch noch so rührt, vielleicht auch, weil ich eben damit aufgewachsen bin, es spiegelt natürlich auch ein bisschen so auch vom Look meine Kindheit natürlich auch wieder. Also ich habe zum Beispiel ein bisschen vor Freude gequietscht, als ich das hier sah, als ich dir jetzt zeige, wie da Friedrich und Friedrich in der Küche sitzen, da an so einer Soßenschüssel im Hause Rheinl existiert, bis heute exakt dieses Soßentöpfchen da. Also das sieht halt auch so vom Inventar so aus. Auch diese langweiligen Sachen, die sie da im Regal haben, also das habe ich ja ganz am Anfang dieser Folge heute gesagt, dass Luzi dann den Haustürschlüssel unter Band 16 vom Lexikon findet. Also ich meine, heutzutage weiß keiner mehr, was ein Lexikon ist. Ja, früher gehörte das in jeden guten Haushalt, einen Brockhaus oder so eine Enzyklopädie zu besitzen. Wir hatten auch noch Lexika extra nur für Krankheiten und sowas. Das war der Pschürempel. Oder dann gibt es, ich habe mir mal dieses Bild, was ich dir hier gerade zeige, auch nochmal genauer angeguckt. Weil auch gefühlt, auch im Hause meiner Eltern gibt es so diese widerliche Holzschrankwand mit diesen für Kinder gerade unfassbar langweiligen Büchern. Ja, ich habe mir das hier mal wirklich angeguckt, was hat denn die Familie Krause am Bücherregal stehen? Die Bücher tragen die Titel, der Schlussakt, die seelische Selbsthilfe, man stirbt nicht im August, ein Kind, Achtung, ein Kind entsteht, würde ich mal gerne wissen, was in diesem Buch für Bilder drin sind, und die Explosion. Das sind, glaube ich, alles reale Bücher. Man kann sich nicht vorstellen, auch zur damaligen Zeit nicht, dass jemand zu dem Buchregal geht und da was greift, aber so Schrankwände, die hatte wirklich jeder Wohnung. Ja, aber ich stelle mir wirklich die Frage, ich meine, da steckt ja im Idealfall eine Ausstattung dahinter, das ist ja alles eine Studiowohnung. Das heißt, da muss sich ja die Requisite Gedanken gemacht haben, was stellen wir denn dieser Familie Krause ins Regal? Und dann kommt man auf Titel wie Man stirbt nicht im August und die seelische Selbsthilfe, was ist denn da noch für eine B-Story vorhanden? Was ist denn in den Köpfen dieser Eltern los? Aber das lädt doch auch ein, auch so als Produktion, das weißt du natürlich besser, auch so ein bisschen so was für sich zu machen. So ein bisschen ein paar Easter Eggs zu verstecken, irgendwie zu sagen, ach komm, wir stellen hier mal diese blöden Bücher rein, das merkt ja sowieso kein Mensch, gerade damals nicht. Meine Mutter hat es übrigens geschafft, so eine Schrankwand immer bis zum Erbrechen voll zu machen. Das hier geht ja noch, aber die Türen, die man aufmachen muss, um dann zu gucken, was da drin ist, die waren bei uns gefüllt mit Kram. Ja, oder hier, aber das ist so wie bei uns auch, da steht das gute Geschirr für gut. So, die Weingläser, die kommen aber nur raus, wenn mal Besuch kommt. Ja, genau, sowas. So für Weihnachten oder so. Das gute Geschirr, lange nicht mehr gehört. Heute nehmen wir das gute Geschirr. Ja, genau, das ist auch im Wohnzimmer. Das andere Geschirr ist in der Küche, da im Schrank, das ist die angeschlagene Tasse und so ein bisschen die, die schon von der Geschirrspülmaschine schon ganz verblasst ist. So, wo man schon das Muster kaum noch erkennt, aber für gut, da geht man und holt das Geschirr aus dem Wohnzimmer. Oh, dann weiß man, heute ist ein besonderer Tag. Gab es eigentlich jemals einen Unterschied zwischen Wohnzimmer und Stube? Keine Ahnung, bei uns nicht. Okay, bei uns auch nicht. Manche haben auch noch so ein zweites Wohnzimmer, das kenne ich auch noch irgendwie aus so Einfamilienhäusern, von Freunden, die haben dann so zwei Wohnzimmer. Und natürlich auch noch ein Esszimmer, ganz klassisch. Ein Esszimmer, wo aber wirklich auch dann nur gegessen wurde, wenn das gute Geschirr benutzt wurde. Ja, ja, ja. So, und natürlich, wie gesagt, ich habe es erzählt, ich bin ja so ein bisschen so mehr oder weniger mit Luzi in einer Generation. Und für mich war das natürlich auch das Besondere, damals, als ich in die Schule gekommen bin, etwas zu besitzen, was Kinder, was es damals gab, womit diese Serie auch beginnt. Gleich im allerersten Bild, nämlich der berühmte Scout-Schulranzen. Ja, es gab den in gelb und in blau und ich weiß gar nicht, welchen Farben noch. Also es gab ihn relativ übersichtlich. Ja, und ich wollte eigentlich immer einen gelben haben, hatte ich leider nicht. Ich hatte das Modell in blau. Ich hätte natürlich gerne den gleichen gehabt wie Luzi. Was ich aber lustig finde, auch, das sind wirklich beim Thema Anschlussfehler. Du siehst hier das Bild, wie man diesen Schulranzen als erstes sieht, auf dem Rücken von dem Hund. Und der Hund trägt den Schulranzen, weil Luzi Schule mit dem Hund spielt. Aber dir fällt natürlich auch auf, dass das Scout-Logo natürlich entfernt wurde von diesem Schulranzen. Normalerweise ist oben, da wo die Schnallen sind, immer noch das große, berühmte Scout-Logo zu sehen. Sehen wir hier nicht. Allerdings, kurze Zeit später, wenn die Eltern Luzi da abholen, Luzi ist gerade bei ihrem Opa, dann zeigt Luzi ihren Eltern voller Stolz den Schulranzen, den sie von Opa bekommen hat. Und guckt nochmal, was vorne drauf ist. Nein, das war so riesengroß auch noch. Da ist das berühmte Scout-Logo drauf. Ja, da hat man dann vergessen, zwischendurch das Logo abzuknibbeln. Oder beziehungsweise hat wahrscheinlich die Szene zuerst gedreht, in der Luzi ihren Eltern diesen Schulranzen zeigt. Und erst später hat man dann gemerkt, oh, könnte Schleichwerbung sein. Es gibt dann später, ich glaube, Folge 5, sieht man nochmal diesen Schulranzen. Da kann man das Logo auch sehr deutlich nochmal lesen auf der Rückseite. Aber an anderen Stellen, also es wimmelt von Schleichwerbung. Überall Aral-Tangstelle wird alles gezeigt. Aber pass auf. Und dann naschen aber da Friedrich und Friedrich an den Leckereien des ausgeräumten Kühlschranks in einer Folge. Und da hat man dann zum Beispiel bei der Schaschlik-Soße von der Firma Kraft ganz elegant das Logo von Kraft mit einem kleinen Klebepunkt überklebt, das dann nur noch Kraft steht. Hm, was mag das wohl für eine Marke sein? Ja, und manche Dosen hat man umgedreht, das ist auch eine gute Idee. Ja. Ja. Eigentlich alles umgedreht sonst. Okay, nicht schlecht, ja. Ich finde auf dem Bild hier aus dem Garten auch sehr schön dieses Vogelhäuschen da. Das ist auch richtig gut mit dem Opa daneben. Das ist an sich schon so Kunst. Das Screenshot ist schon Kunst. Ja, danke. Habe ich nur für dich gemacht. Ich mochte den Opa auch sehr gerne. Er hätte noch ein bisschen öfter auftauchen können. Er sollte ja sowas irgendwie auch so ein bisschen was von Fantasie und Magie und gleichzeitig Kauzigkeit haben. Der Opa ist so der Einzige in der Serie, der so ein bisschen mit ihr auf einer Ebene ist. Also alle anderen Erwachsenen in der Serie sind ja auch so ein bisschen grummelig und ein bisschen wirr oder ein bisschen mäkelig. Also eben Erwachsene. Also die ganze Serie ist aus Lucis Sicht erzählt und wir gehen auch voll mit ihr mit. Also selbst ich, der ich das als Erwachsener jetzt gucke, bin voll auf ihrer Seite und lebe das mit, durchlebe das mit ihr und denke, oh, jetzt ist aber die Mutti wieder blöd. Oh, was zickt die denn so rum? Ich finde die Mutter sowieso grundsätzlich sehr, sehr, sehr garstig in dieser Serie. Ja, ich fand es schön. Also immer gleich, es gibt immer gleich Ärger. Also es gibt immer gleich, da ist dann, weißt du, sie hat, sie kommt, die Eltern kommen nach Hause und Luzi wird erst gelobt, dass sie den ganzen Abwasch gemacht hat und alles sauber gemacht hat. Aber dann ist eine Kleinigkeit, weil dann irgendwie da Knete an der Pflanze baumelt und dann gibt es, glaube ich, vielleicht Hausarrest dafür. Was glaubst du, was los gewesen wäre, wenn die gesehen hätten, dass die Wohnung unter dem Wasser steht? Ja. Das hätte ja noch schlimmer kommen können. Naja, Oswald hat nur Ohrfeige gekriegt. Ich fand übrigens die Erzählerstimme, also man wird am Anfang jeder Folge, es sind nur sechs Folgen, aber man wird am Anfang immer ganz kurz reingeholt, was bisher geschah. Und das finde ich tatsächlich ganz gut gelöst. Also man erzählt nicht ständig nochmal alles von vorne, sondern man wird immer so. Aufs Nötigste reingeholt, Nötigste reingeholt, damit man direkt wieder einsteigen kann. Das fand ich sehr schön. Ja, es ist ja im Gegensatz zum heutigen Streaming auch eine Woche Zeit dazwischen gewesen. Das ist richtig. In der man es ja auch nicht nochmal gucken konnte. Auch im Gegensatz zum heutigen Streaming. Ja, beziehungsweise, es lief Sonntag, Sonntagnachmittags, aber am nächsten Tag hat man direkt bei der Sendung, in der Sendung Spaß am Montag, dann nochmal so einen kleinen Recap gemacht oder nochmal so die schönste Szene oder die lustigsten Bilder der vorangegangenen Folge nochmal eingeblendet oder nochmal gezeigt. Man müsste sich eigentlich mal aus diesen Wochen so ein paar Programmzeitschriften von Ebay zusammensuchen. Um mal so einen Überblick zu bekommen, gerade vielleicht von der Funkuhr Köln oder so, da gibt es ja auch immer so diese, jede Fernsehzeitschrift hat ja auch so eine regionale Variante, wo dann das dritte Programm auf dieser einen Seite ist. Und zu gucken, wie prominent das damals war. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das schon ein großes Ding war, das auch stark beworben wurde, dass das jetzt läuft. Ich glaube, das hätte das Potenzial dazu, dass das auch damals groß aufgefahren wurde. Was denkst du oder weißt du das noch, ob das ein großes Thema war? Das kann ich dir sagen, das weiß ich nicht. Irgendwie, ich frage mich sowieso manchmal, woher ich als Kind wusste, dass das heute läuft. Man hatte das, man wusste das einfach. Gut, wir hatten auch damals eine Fernsehzeitschrift, da hat man vieles nachgucken können. Aber man guckte da an das Fernsehen. Man wusste, heute ist irgendwas, egal was es ist. Ja, auf jeden Fall. Und dann war man da irgendwie drin. Also ich kann ja auch nicht mehr, also da kann ich mich, ich erinnere mich natürlich sehr deutlich daran, dass ich das alles als Kind gesehen habe. Alt wie ich bin, sogar in der Erstausstrahlung wahrscheinlich. Aber dennoch könnte ich jetzt nicht direkt auf Anhieb erzählen, wie da so meine ersten Eindrücke waren, als ich das das erste Mal gesehen habe. Was ich allerdings immer noch erinnere und mir ging es fast jetzt auch wieder so, dass ich, obwohl es nur sechs Folgen sind, die eine halbe Stunde jeweils dauern, immer das Gefühl habe, dass ich wirklich sehe oder bilde mir einzusehen, wie Luzi alt hat. Also wie sie erwachsener wird. Also sie wirkt, finde ich, in der allerersten Szene, in der allerersten Folge, wo sie dann mit ihrem Schulranzen im Garten sitzt und noch Schule spielt und dann hat sie so ein kleines Kleidchen an und die Hunde und der Opi daneben. Da wirkt sie für mich noch wirklich wesentlich, wesentlich jünger und kleinkindhafter, als die Luzi, die ganz am Ende der sechsten Folge da in der Schultür steht und sich da umdreht und winkt. Ich weiß nicht, ob das wirklich vielleicht damit zu tun hat, dass das Kind natürlich auch wirklich während der Dreharbeiten auch etwas älter geworden ist. Ja, dann auch durch die Art und Weise, wie sie sich gibt, wie sie sich anzieht. Sie muss ja auch ein bisschen Autorität haben und ein bisschen die Erwachsene sein plötzlich gegenüber den Knetmännchen. Da sagt sie ja auch manchmal, das ist ja zu viel, jetzt pass mal auf und so. Sie muss ja auch so ein bisschen lernen, dass ein bisschen Ordnung doch gar nicht schlecht ist im Leben. Heißt das immer Coming Out of Age oder wie das so heißt? Ja, sowas. Sowas ist das alles. Also wir sehen wirklich einen, wir sehen eine Frau beim Erwachsenen werden zu. Naja, okay, wir sehen ein Schulkind zu, was noch eine Woche hat, bis die Schule beginnt. Und sie lebt ja heute noch, ich habe da natürlich gelesen, dass der Darsteller von Oswald, Michael Hofbauer, inzwischen schon gestorben ist mit 49 bereits. Ja, leider Krebs. Genau, große, große Scheiße. Und ansonsten ist es so, wie man sich das denkt. Die Älteren sind halt größtenteils gestorben. Die meisten Erwachsenen sind nicht mehr am Leben. Sie ist noch am Leben. Sie hat dann auch noch einige Sachen gemacht. Es gab dann, wie gesagt, noch diese Serie, die Tintenfische aus dem zweiten Stock. Sie hat auch noch in der Serie mitgespielt, auch noch sogar eine relativ prominente Rolle, der fliegende Ferdinand, dessen Darsteller auch hier bei Lucy mitmacht, Lukas Blech, der hier den kleinen, etwas dicklichen Jungen spielt, der da in der Zahnarztpraxis so Angst vorm Zahnarzt hat. Das ist der Darsteller, der später die Hauptrolle in der Serie der fliegende Ferdinand mitgemacht hat. Auch eine ganz tolle Serie. Und da war sie auch, so gehörte sie so zu seiner Gang damals. Wie gesagt, dann hat sie noch bei den Tintenfischen mitgemacht. Aber dann, also sie hat auch noch so ein bisschen vor sich hingedreht, aber dann tatsächlich hörte dann so der Ruhm leider irgendwann für sie auf. Sie hat vereinzelt immer noch mal wieder was gemacht. Bis Ende der 80er hat sie so immer noch was gemacht und dann hat sie erst so Mitte der 2000er noch mal versucht, so ein Comeback zu starten als Schauspielerin. Das ist aber scheinbar irgendwie nicht so geglückt. Da hat sie so in ein, zwei Serien noch mal versucht, was zu reißen. Zumindest ist sie nicht komplett verschwunden. Sie ist hier und da auch nach 2000 immer noch mal wieder aufgedreht. Auch hinter der Kamera war sie tätig. Immer mal wieder. Als Regieassistentin, glaube ich. Ja, aber das ist doch, das ist doch schon mal was da. Zumindest kann man da noch mal angreifen und man kann sie noch mal wieder entdecken. Also wie gesagt, Michael aus Lönneberger und Karlsson vom Dach. Wenn ihr das hört, meldet euch mal wieder bei uns Fernsehkindern. Das kann nicht sein, dass man nur irgendwie so ein, zwei Fotos sieht von euch. Wir wollen natürlich wissen, wer das inzwischen ist. Ja, oder ob sie noch Kontakt zur Knete hat. Ja, ob sie dann, was meinst du ist mit den Originalen, wie ist das bei Knete? Die zerbröseln auch irgendwann, die sind längst weg, ne? Oh, das weiter habe ich gar nicht so die Erfahrungswerte, ehrlich gesagt. Die wird wahrscheinlich irgendwann klebrig oder ich weiß nicht, ob die zerbröseln. Hart wird die wahrscheinlich irgendwann hart und brüchig oder so, ne? Ich wusste mal ganz kurz, meine Mutter fragt, ob sie das alte Spiel Bravo Traube nochmal hervor, habe ich da, kennst du das oder war das wieder meine Generation? Das sagt mir überhaupt nichts, was ist das denn? Ich kenne nur Dr. Wackelzahn oder sowas, wo man da so Knetgebüsse machte. Ja, ich habe immer so Spiele gut gefunden mit so großem Plastikaufbauten und da konnte man so Knete einmanschen. Und wenn man auf so ein Feld gekommen ist, dann wurde die eigene Spielfigur, in dem Fall eine Traube, wurde dann so zerdrückt. Mansch. Das klingt appetitlich. Ja, das war Luzi, der Schrecken der Straße. Der Schrecken. Der Schrecken der Straße. Es ist übrigens faszinierend, muss ich noch sagen, dass, also auch wenn es dann natürlich dann jetzt weitere andere Produktionen gab, in denen diese Darstellungen mitmachen, aber dass man zum Beispiel da, und das hätte sich hier prima angeboten, finde ich, keine Fortsetzung gemacht hat dazu, ne? Wahrscheinlich, Achtung, Hammergag, hatte der WDR dazu keine Knete. Ja, also, aber es tatsächlich hätte das bei dieser Serie wunderbar funktioniert, glaube ich, dass man einfach, weil es natürlich eigentlich ja diese lustigen Sketche und Abenteuer sind, natürlich diese Rahmen, dieses Überdach mit, das ist ja die geklaute Knete und sie will zur Bande gehören und sie muss das am Ende zurückbringen, ja, aber eben trotzdem diesen Unterhaltungsfaktor hätte man ja ruhig aufrechterhalten können und dann nochmal zeigen, wie, was passiert jetzt in der Schule mit Luzi. Und wie, was weiß ich, kommen dann die Knetmännchen mit in die Schule und was stellen sie da alles Lustiges an? Also, da hätte man locker nochmal eine zweite Staffel raushauen können. Aber andererseits finde ich es auch irgendwie ganz charmant, dass man das halt nicht gemacht hat, dass man damals gesagt hat, das ist jetzt ein eigenständiges Ding, das führen wir nicht weiter fort, das ist jetzt abgeschlossen und das wird jetzt so alleine zum Klassiker. Ja. So, und das hat ja auch funktioniert. Ist ungewöhnlich, ne? Heute würde man sagen, wir melken die Kruhe so lange. Ja. Stimmt. Ja. War aber schön, das mal wieder gesehen zu haben. Und glaube ich tatsächlich, kann man sich jederzeit mal wieder angucken. Also, ist immer noch gut, ist immer noch frisch und gerade wenn man in Köln lebt, macht es natürlich auch ein bisschen Spaß nochmal zu sehen, wie es damals hier aussah und wie sich doch manches wegentwickelt hat in irgendwelche Richtungen. Aber ja, also wir können es nur empfehlen und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen auf den Geschmack gebracht haben. Genau, es gibt es auf DVD, auf Blu-ray, in sämtlichen Versionen. Es gibt auch ein bisschen Bonusmaterial, nicht allzu viel, aber es ist ganz schön. Das Ding hat einen Krimmepreis in Bronze gewonnen. Das war eine fürchterliche Veranstaltung, was man da sieht auf diesem Bonusmaterial. Da sieht man dann so die Verleihung oder so eine Talk-Diskussionsrunde noch so von diesem Krimmepreis-Institut. Fürchterlich, wo da so ganz stieselig da mit der Jury gesprochen wird, wo die dann auch wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen Nase riefen und sagten, ja, ja, wir konnten leider kein Gold vergeben, sondern nur Bronze, weil es ist ja doch ein bisschen sehr hollywoodig. Ja, das wurde negativ belegt, ne, hollywoodig. Ja, das ist ja schon ein bisschen Hollywood. Naja, da können wir kein Gold verteilen. Da denke ich, Leute, was seid ihr für stiesel damals schon? Um Gottes willen, naja. Aber immerhin, also immerhin hat es Bronze gewonnen. Das gibt es heute mittlerweile beim Krimmepreis nicht mehr. Da gibt es dann entweder Gold oder gar nichts. Ich habe immer gar nichts bekommen. So von daher, ich habe meine Meinung dazu. Bis heute. Ich bin achtfacher Krimmepreis-Loser, glaube ich, inzwischen. Aber dafür kannst du hier deinen Vorsprung weiter ausbauen, indem du nahezu jede Figur erkennst. Denn es kommen jetzt natürlich zu unserer Lieblingsfubrik. Wenn du denn noch möchtest, Martin, dann würde ich das jetzt abspielen. Selbstverständlich, da warte ich seit einer Stunde drauf. Ach, guck mal hier. Kennst du die Figur? Hast du den hier schon mal gesehen? Wir machen ja immer einen monothematischen Podcast. Und fürs Feedback ist der Fusselcheck da. Aber um es hier ein bisschen aufzulockern, sagen wir Martin und ich uns abwechselnd immer eine Figur aus dem großen Puppenkosmos, der großen, weiten Welt. Wir sind ja auch durchaus schon mal in sämtlichen Ländern gewesen. Ich habe eine Figur aus Deutschland mitgebracht. Möchte ich zuerst oder möchtest du zuerst? Nee, dann fang du mal an, weil ich muss dabei, ich muss hier, meins ist so aktuell, dass ich gleich noch was verlese, was ich selber noch nicht gelesen habe. Okay, alles klar. Ich habe ja euch aufgerufen, da draußen mir zu helfen, wie man dem deutschen Jim Henson, Martin Reinl, vielleicht noch mal was zeigen kann, was er noch nicht kennt. Und ich arbeite jetzt Stück für Stück alle Hörervorschläge ab. Jetzt kommt ein Vorschlag von Hörer Mario. Jo, der hat mir was gezeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass du es kennst, finde es aber auch zu sensationell, um es nicht zu zeigen. Es ist aber auch noch die Möglichkeit da, dass Martin es nicht kennt. Martin, was siehst du hier? Jetzt. Na, was sehe ich denn da? Da sehe ich, oh, das habe ich schon mal gesehen, glaube ich. Ich sehe zwei Telefonpuppen, also zwei plüschige Telefone. Ja, richtig. Also Handpuppen, aber Telefone. Also klassische Telefone, so mit Kabel dran, Festnetztelefone. Ohne Tasten, ohne Wählscheibe, dafür mit zwei so lustig Muppet-artigen Augen. Und eben der Hörer wirkt fast so ein bisschen, als wären es dann die Ohren. Ja. Und darunter steht noch irgendwie eingeblendet Köln 2801. Ist wahrscheinlich, sieht aus für mich wie ein Werbespot. Auf den ersten Moment wollte ich sagen, das ist bestimmt irgendwie aus irgendeinem, es gibt neue Postleitzahlen-Werbespots. Ah ja, könnte man meinen. Aber kann ja nicht sein, weil Telefone haben ja nichts mit Postleitzahlen zu tun. Aber vielleicht hat das was mit einer Vorwahl zu tun oder sowas. Oder ist das irgendwie, also ich tippe drauf, dass das, ich meine, ich habe es schon mal gesehen zu haben. Es ist, meine Theorie ist, es ist eine Werbung, wo man irgendwo in Köln anrufen soll unter der Nummer 2801. Also ich kann ja mal kurz zu euch mal anrufen. Ruf mal schnell an, dann gucken wir, was passiert. Der geht da dran. Also in der Tat, es ist eine Werbung. Aber es ist noch ein bisschen spannender als einfach nur zwei Puppen aus dem Werbespot. Es handelt sich hier um die Firma Aqua, das war hier für Fotografie damals. Natürlich, ich weiß, was Aqua ist. Ich habe mal im Fotoschladen gearbeitet. Fotoschladen in Niederollen. Liebe Grüße, falls es den Laden noch gibt. Und der Werbespot ist 1979 gelaufen. Und wir hören uns das mal an. Es sind nämlich zwei bekannte Stimmen. Aber eine der beiden bekannten Stimmen macht noch etwas, was wir eigentlich nur von Schallplatten kennen, die nicht ganz autorisiert sind. Und hier, hören wir mal rein. Sofort Köln 2801 anrufen. Wieso? Und Aquacolor CNS jetzt alle zehn Minuten eine schnelle Motor Pocket verlust. Alle zehn Minuten? Ja, einfach anrufen und sagen, was das Besondere am Aquacolor CNS ist. Und was ist das? Ja, denk mal scharf nach. Scharf? Ja. Da kommt die Niedrom. Also gleich anrufen. Jetzt erinnere ich mich sogar noch deutlicher. Das ist ja Gerd Dufner als offensichtlich Ernie. Das Ernie-Telefon. Und das andere, ich weiß nicht, ob das Alexander Wellbart ist oder so. Also es ist zumindest ein sehr Krümel-Monster angelegtes. Ja, am Ende ging es ein bisschen wie Edgar Orte am Anfang, eher wie Alexander Wellbart. Aber in der Tat, Gerd Dufner macht natürlich, natürlich noch das Ernie-Lachen. Also 1979. Das fand ich natürlich sehr schön. Vielen Dank, Mario. Da hast du natürlich jetzt hier mehrere Sachen in einen Werbespot reingetan. Den findet man auch nicht so leicht. Der ist ja nicht verpackt in einen der tausenden Werbespots, die so zusammengeschnitten worden sind auf YouTube. Den findet man nicht so einzeln. Deswegen war da jetzt auch ein richtig schönes kleines Fundstück, das er offensichtlich mal rausgesucht hat. Hast du denn den Link dazu, den du, also ich möchte das natürlich mal direkt sehen. Ja, selbstverständlich. Und wir können den Link dazu ja auch gerne bei YouTube mit unten reintun, dass die Leute das auch anklicken können und sehen können. Ist nur was ganz, ganz Kurzes. Ich liebe ja nichts mehr, als sich alte Werbeblöcke anzugucken. Also natürlich gibt es vieles, was ich mehr liebe. Aber ich mache das ja wahnsinnig gerne. Also sobald Werbung jetzt im realen Fernsehen passiert, denkt man ja, ich gehe mal auf Klo oder ich mache auf Pause oder Spule vor. Aber dann kann ich den ganzen Abend damit verbringen, mir 80er Jahre Werbeblöcke auf YouTube anzugucken mit alten Meinzelmännchen. Oder Effle und Pferdle dazwischen. Das weißt du nicht, ob du das kennst. Ja, na klar. Und dann so alte Werbespots sich anzuschauen. Das ist hinreißend. Das ist fast so schön wie Puppkultur. Wir könnten einen Podcast nur bei Werbung machen. Einmal Stork Riesen bitte, Frau Lange. Und noch heute. Den allerersten ist er immer noch sofort. Genau. Und jetzt dabei ist es. Ach nee, das war weg. Und jetzt bin ich selber Großvater. Und jetzt bist du selber dran mit einer Puppe. So, warte, ich muss mal ganz kurz gucken, was ich hier, oh Gott, ich habe hier einen halben Roman bekommen. Jetzt fallen mir tausend Service-Pots ein. Ich zeige dir jetzt erstmal eine Figur und frage dich, kennst du denn diese Figur? Ich beschreibe erstmal, was es ist. Es ist eine Art Professor, ein älterer Mann mit scheinbar nahezu echten Händen. Eine sehr klobige Figur. Sieht ein bisschen aus wie die vermenschlichte Version von BP Richfield aus den Dinos, nur als Professor vom Körperbau her. Der hat einen Anzug an. Und ja, der ist offensichtlich nicht aus dem Werbefernsehen. Ich würde ihn verorten irgendwo schon im Öffentlich-Rechtlichen der 70er, 80er Jahre. Ich hatte da unten, kuschelt der oder streichelt der dann Hasen? Sehe ich jetzt erst. Das ist ja, das ist jetzt, das ist kein Dauerzustand. Das ist jetzt innerhalb von diesem Screenshot, den ich da gemacht habe. Das ist auch das einzige Bewegtbild, was ich finden konnte überhaupt. Da hat er zufälligerweise jetzt einen echten Hasen sogar noch vor sich sitzen erscheint. Er wird sich da sicherlich wohlfühlen. Und er hat auch ein Telefon vor sich, das auch so aussieht, als könnte es hier in einem Werbespot passen. Also ich lese daraus, dass du keine Ahnung hast, was das ist. Nee, aber es sieht aus wie etwas aus dem deutschen, deutschen Öffentlich-Rechtlichen. Da würde ich mal so hingehen. Da hast du nicht Unrecht. Es ist eine Figur und ich muss leider zu meiner Schande sagen, ich kann dir selber nicht sagen, ob diese Figur einen Namen hat oder nicht. Es ist auf jeden Fall eine Figur oder ein zumindest temporärer Moderator der Sendung Spaß am Montag. So, ich wollte etwas, einen kleinen Bezug zu dem haben, zu dem, was wir, weil wir ja vorhin auch ganz kurz über Spaß am Montag gesprochen haben, wo ja Zini so eine der berühmtesten Figuren ist. Also Spaß am Montag hieß ganz am Anfang Montagsspaß. Startete 1980 im ersten Programm, wurde dann umbenannt in Spaß, also von Montagsspaß wurde umbenannt in Spaß am Montag. Dann hieß das Ganze plötzlich Spaß am Dienstag, weil es dann dienstags lief. Da hat es dann auch die prominenteste Zeit seines Lebens erreicht mit 340 Folgen. Bis 1992 lief es da und dann gab es ganz am Ende, als es kurz vorm Verrecken war, nochmal ein Nachklapperer. Da nannte man es Spaß am Mittwoch und an welchem Tag das lief, wissen wir alle nicht mehr. Also, und diese Sendung, Spaß am Dienstag oder Spaß am Montag, war im Grunde auch immer so wie vieles, auch wie schon bei unserer letzten Folge Plumperquatsch, so ein Sammelbecken für verschiedene Formate, wo Trickfilme liefen, wo lustige alte Stooges-Filme gezeigt wurden, wo Disney-Filme gezeigt wurden, alles Mögliche. Und das war aber auch so eine Gemeinschaftsproduktion der einzelnen ARD-Anstalten. Das heißt, beim WDR sah man dann zum Beispiel Zini, wenn es der WDR übertragen hat. Und das, was wir hier sehen, ist die Fassung vom Südwestfunk damals, was heute der SWR ist. Und da hat es eine Puppe moderiert. Und dieser gelbe Moderator, das ist eine Puppe, was ich damals schon immer zwar auf der einen Seite ganz toll fand, weil es eben eine Puppe war, aber es war auch ein bisschen befremdlich, weil diese Puppe hat so einen großen Schaumgummi-Kopf. Ja, komisch, komisch. Und die Hände sind, wie du richtig festgestellt hast, reale Menschenhände, aber damit sie zu dem gelben Schaumgummi-Kopf passen, wurden die Hände immer so gelb angemalt. Also man sah, dass das gelb angemalte Hände sind. Ich dachte, der Erste hätte irgendwie so ganz, ganz Latex-Handschuhe an. Das sieht ein bisschen komisch aus. Das sind echte Menschenhände gewesen, gelb angemalt. Und das Ganze ist so schwarzes Theater, also der Hintergrund ist schwarz. Und vermutlich, denke ich mal, werden da schwarz angezogene Puppenspieler dahinter gestanden haben. Das kommt alles so ein bisschen aus dieser Puppenwerkstatt, da bin ich jetzt gerade lausig vorbereitet, von diesen ganzen Figuren, die häufig beim SWR oder beim Südwestfunk damals zu sehen waren, wo auch die berühmte Ixilon-Show herstammt. Ah, ja, die wurde mir auch schon öfters vorgeschlagen, dass wir da mal drüber sprechen sollen. Ich würde wahnsinnig gerne mal eine Folge über die Ixilon-Show machen. Deswegen hier mal an dieser Stelle einen Aufruf an alle, die uns hören, falls ihr Folgen von der Ixilon-Show habt, her damit. Weil wir wissen so gut wie nichts darüber. Es gibt zwei, drei Folgen bei YouTube. Ganz schwer, da was rauszurecherchieren, was zu finden dazu. Aber ich giere danach, das mal zu machen, weil ich das eigentlich immer sehr lustig fand. Und aus diesem Puppenkosmos kommt diese Figur. Und jetzt komme ich nämlich zur aktuellen Sache. Ich habe nämlich kurz bevor wir uns jetzt hier verabredet haben, habe ich einen Fehlglauben gehabt. Ich dachte nämlich, dass diese Puppe, dieser Professor, dieselbe Stimme hätte wie der Erzähler aus Luzi. Ah, deswegen ist es so. Ist aber nicht so. Ich spiele dir jetzt mal vor, wie sich diese Puppe hier anhört. Guten Tag und viel Spaß am Montag, meine lieben jungen Freunde. Spaß am Montag. So heißt auch wieder unsere heutige Sendung. Und schaut mal an, was ich darf. So, weißt du, wer diese Stimme ist? Nee. Die passt aber überhaupt nicht zu diesem alten Mann, muss ich sagen. Ja, doch, das passt schon, wenn du dir das Bewegt anguckst, das passt schon. So, ich habe gedacht, okay, ich dachte wirklich erst, das wäre derselbe Erzähler, ist er aber nicht. Dann habe ich aber mir das angehört, immer und immer wieder. Und dachte, ich kenne diese Stimme. Wer ist denn das? Wir kennen alle dieses Phänomen, wir hören eine Stimme und können sie nicht zuordnen. Spiel es noch einmal ab, bitte. Wir wissen genau, wir kennen diese Stimme. Hör nochmal hin. Guten Tag und viel Spaß am Montag, meine lieben jungen Freunde. Spaß am Montag. So heißt auch wieder unsere heutige Sendung. Und schaut mal an, was ich darf. Wenn man es weiß, ist es ganz klar. Also ich wusste es natürlich nicht. Ich bin nicht darauf gekommen. Deswegen habe ich eine halbe Stunde, bevor wir uns hier verabredet haben, Julian, habe ich so alle meine nerdigen Kollegen und Freunde mal so angemeldet. Es hat sich zurückgeantwortet, Hannes Bender, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, der es auch nicht hundertprozentig wusste, der tippte erst auf Horst Bollmann. Der ist es aber nicht. Dann hat aber Hannes Bender, während wir hier die ganze Zeit, diese Stunde, die wir hier reden, hat Hannes Bender wohl Bastian Pastewka diesen Schnipsel weitergeschickt. Und wir bekommen jetzt quasi von Bastian Pastewka die Antwort live, mehr oder weniger per WhatsApp hier. Also Hannes hat mir das hier weitergeleitet. Ich selber habe von Herrn Pastewka keine Nummer. Aber die Auflösung lautet, das ist Heinz Mayer. Und Heinz Mayer kennen wir alle als den Sketchpartner von L'Oriot. Das ist der berühmte Lottogewinner, Heinz Mayer. Der mit der Herrenboutique in Wuppertal. Also Bastian Pastewka, muss man ja sagen, der ist ja wirklich, der ist ja der Endgegner, was sowas alles angeht. Also ich kann mal diese WhatsApp, ich habe hier weiter, ich lese es jetzt mal vor, ich habe es selber noch nicht zu Ende gelesen, weil es sehr lang ist. Hannes Bender leitet mir weiter von Bastian. Das ist die Stimme des Schauspielers Heinz Mayer, den wir alle als Lottogewinner aus dem berühmten L'Oriot-Sketch kennen. Überhaupt war Mayer fester L'Oriot-Teamspieler. Er ist beispielsweise der Regisseur in Papa Ante Portas. Mir sagt ja keiner was. Mayer hatte ein kleines Theater im Süden, daher war er Dauergast in Rundfunk und Fernsehsendungen des damaligen SWF, Süddeutscher Rundfunk, und auch in sehr vielen Hörspielen. Er spielte sogar mal Dr. Watson in einer kleinen Sherlock-Holmes-Reihe des Südwestfunk von 1984. Mayers Weggefährte und Freund war der Schauspieler und Regisseur Heiner Schmidt, auch er ein L'Oriot-Dauergast. Er ist beispielsweise der streng blickende Restaurantbesucher aus dem Kohlrouladen-Auswickel-Sketch. Beide arbeiteten oft zusammen oder waren in Hörspielen zu hören, die jeweils der andere inszenierte. Man nannte sie korrekt Herr Mayer und Herr Schmidt. So, vielen Dank, Bastian Pastewka, vielen Dank, Hennes Bender, für dieses Licht in unser Dunkel. Wahnsinn. Aber ich finde, wenn man es weiß, dann hört man sofort den Lotto-Gewinner raus. Hör doch mal. Guten Tag und viel Spaß am Montag, meine lieben jungen Freunde. Und übermorgen eröffne ich mit meiner Schwiegertochter. Man darf es nicht wissen. Das kann auch viel kaputt machen, wenn man solche Sachen erstmal weiß. Ich finde, jetzt wo ich es weiß, sieht die Puppe auch aus wie Heinz Mayer. Guck doch mal. Das ist doch der Lotto-Gewinner. In gelb. Also ich finde dieses Gelb extremst abstoßend. Das sieht so aus, als hätte man sich beim Schaumstoff gar keine Mühe gegeben. Ach, geh doch nach Hause. Das ist Heinz Mayer. Das ist L'Oreal. Das ist im Grunde L'Oreal für Kinder, was wir hier sehen. Ach, jetzt bin ich wieder fertig mit den Nerven. So, und mit dem Podcast. Genau, anderthalb Stunden. Fast anderthalb Stunden haben wir. Dafür, dass du vor anderthalb Stunden noch sagtest, heute wird es aber kurz, haben wir ganz schön viel gefaselt. Nächstes Mal wird es dafür umso länger. Ich glaube auch, nächstes Mal brächen wir hier alle Rekorde. Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass man hier nochmal eins drauflegt auf die Dinos und so weiter. Oh, die Fraggles war, glaube ich, unsere längste Folge. Ja, weiß ich noch nicht, ob das länger wird, aber wir werden viel zu erzählen haben, weil es etwas ist, wo ich auch schon die Finger drin hatte. Wir beschäftigen uns nämlich mal wieder nach langer Zeit mit einer einzelnen Figur und ihrem Werdegang und den ganzen Produktionen, der sehr aufgekreuzt ist. Wir reden nämlich über das allseits beliebte Krümelmonster. Das wurde aber auch mal Zeit. Da gibt es nicht nur tausend von Audiobeispielen, es ist eine weltweite Figur. Es gibt Synchronstimmen ohne Ende und es gibt Erinnerungen, es gibt Flüschtiere. Das Krümelmonster ist bis heute eines der bekanntesten Figuren der Sesamstraße auf jeden Fall. Es wird Zeit, dass wir darüber sprechen. Ja, und das passiert alles in der nächsten Folge im Oktober. Und bis dahin sagen wir Tschüss. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020